Moin moin, heidi ho, herzlich willkommen zurück zu Expedition SnowRunner. Aber erstmal entspannt. Und dann sehe ich da oben gerade bei meinem Geld das zweite Mal schon die Überschnapszahl ganz knapp verfehlt. Nicht so toll. Ich muss ja sagen, also ich war auf jeden Fall in den ersten Stunden ein bisschen skeptisch. Wenn du so auf SnowRunner kommst und so weiter und irgendwas dergleichen. Aber mir macht es mittlerweile echt Spaß. Es war ordentlich. Ich freue mich auch wirklich schon, ja, seit ich es als gestern aufgehört habe. Du guckst immer schon auf die Uhr, na, passt das jetzt? Kannst du noch, kannst du noch ein bisschen und so? Ist nicht so, dass es jetzt unbedingt irgendwie was anderes wäre, oder so, aber. Aber ich würde mich auch genauso auf SnowRunner freuen. Oh ja. Dann haben wir mal, ups, hier raus. Moin, Mark Forb. Guten Morgen. Halten wir uns mal erstmal wieder ein bisschen mehr die Werbung vom Halse. Indem wir sie jetzt rausbannern, wenn noch keiner da ist. So, okay. Achso, genau. Für, ich werde es noch die ganze Woche wahrscheinlich nochmal zu noch erzählen. Neun Uhr Streams kommen jetzt neu dazu. Die sind nur live auf Twitch und im Nachhinein wird das Ganze auf YouTube veröffentlicht als Video. Und der Abend Stream bleibt so, wie es ist. Tada. Okay, haben wir rübergegangen. So. Das Ringende Reparaturin, sagt er. Neue Gebiete? Kriegen wir nur 864? Aber ich glaube, ich bin dafür. Keine Anforderung, das heißt, wir können mit dem Don durch die Gegend, obwohl. Ja doch, oder nee, oder doch, oder nee, oder doch. Ich will gerne mal einen anderen wagen. Ich meine, mittlerweile kommt gut Geld rein. Jetzt müssen wir eben nochmal kurz schauen. Ich habe den Step, den Tutz und den Don. Genau. Und ich würde gerne... Der hier ist, äh... Der hier ist neu, der Loadstar. Dann holen wir uns mal den Loadstar. Auch. Katsching! Motherfuck, Fisch-TV! Moin, 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 moin. Der moin, der Basti! Was heute im Verlauf des Tages noch ansteht. Ich muss mal schauen. Ich... Ich... Ich habe relativ kurzfristig Bescheid bekommen, dass ich schon einen Shooter durchaus anspielen darf. Ein Open World Extraction Shooter. Der so zum gewissen Teil ein bisschen da anknüpft, wo es... Wo... Bei... Bei The Day Before. Bloß halt anscheinend in echt oder was auch immer. Ich werde das kurz noch echt noch nicht wieder anfangen. Den würde ich ganz gerne heute Abend zeigen. Den ist aber noch nicht hundertprozentig fest. Deswegen ist es für heute Abend noch nicht ganz sicher. Dem Spiel kann man sich definitiv finden. Aber so hat von... Deswegen muss ich mal gucken. Für heute Abend ist es noch... ...eher spontaner. So, warte mal. Gucken wir erst mal anpassen. Was können wir denn für dich machen, Freund? Notreserve geben wir das nicht. Nur die kleine... Ihh... Überrollkäfig. Naja. Naja. Aber warum nicht, ne? Gekauft. Fensterschutz. Strebter, schwerer, verstärkter Kotflügel. Gekauft. Träger. Pickup-Aufbau. Cool. Und das. Wahrscheinlich geht das wieder nicht. Metalldetektor am... Arrrrrrrrrr. Suchscheinwerfer. Na ja. Suchscheinwerfer gönne ich mir mal. Alleine nur, weil ich dazu Bock habe. Ich sehe schon wieder auf Anhieb eines nicht. Ich hoffe mal, das ändert sich noch. Ich schnorchel. Satten Grün da her. Ich meine, türkisegrün. So, was haben wir denn noch? Wir sind noch nicht ganz fertig. Doch, es gibt einen Schnorchel. Yay. Mit Doppelschnorchel. Yay. Winde. Verlängerte Winde. Gekauft. Die haben sogar schon immerhin Offroad-Reifen. Nehmen wir. Federung Standard. Getriebe. Das Geld geht so dahin. Uh, wir kriegen sogar schon etwas besseren Motor. Auch nicht schlecht. Kann man schon durchaus machen. Moin auch Mahoney. Und moin auch Maria. Pack mal Maria. Du solltest mir mal... Ah, das heißt, du sollst. Du könntest mir ja mal durchaus irgendwo stecken, wie der Kanal deines Sohnes heißt. So. Außen auf. Ei, ei, ei. Monster Track. Cool. King of the Hill. Nice. Oh yeah. Okay, das ist er. Aber ohne den Pickup-Gedöns können wir tatsächlich gar nicht allzu viel mitnehmen. Heh. Ah ja. Was soll's. So. Wir werden... Okay. 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 Ähm... Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, nichts. Was? Hast du nicht gestern erzählt, Maria? Hast du einen Sohn, der auch einen Twitch-Kanal hat? Na, verwechsel dich, dich jetzt. Aber noch Stebo. Ah, da haben wir es. Oh, bitte. Immerhin etwas. Frag mich mal, wir können mal eben nochmal kurz schauen, wie kann ich denn... Wie bekomme ich denn... Den Pick-Up-Aufbau. Verlorene Inseln muss ich dafür abschließen. Und auch... Und morgen auch Monster. Schönen guten Tag. Ha! Zack, bam. Wir haben ein neues Auto. Bin ja mal gespannt. Für einen Zweiachser. Ziemlich langer Radstand. Klingt schon mal ziemlich nice. So, wir müssen... Äh... Da oben irgendwo hin. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Na, machen wir das doch mal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, tut mir leid, Maria. Warum wechsle ich dich denn dann? So, geht der Schneck hier. Äh... Da... Da kommt dann so ein Stück weit halt echt der Papa mehr durch. Wird ich natürlich liebend gerne. So. Ich würde sagen, wir machen mal den hier. Hier schauen wir es uns einfach mal an. Wir müssen hier irgendwo in die Richtung. Weiß nicht, ob ich hier rüber kann oder so. Das werden wir dann gleich rauskriegen. Oh, guck mal. Wir müssen eh auch noch da lang. Ja, dann muss ich da eh in die Richtung. Passt ja. Dann sollten wir mal schauen, dass wir zwischendurch mal vielleicht so einen kleinen Abwurf oder so mitnehmen. Für einen kleinen Extra-Obolus. Auf geht's. Ich finde das schon ganz cool. Ich finde, der klingt mega cool. Er sieht ein bisschen aus dem Hot Rod. Oh, ja. Der Motor klingt voll geil. Oh, noch Brain Door. Äh. Äh. Was? Ähm. Nein. Das ist immer an, ne? Sieht so aus, als drehen meine Reifen vorne mit. Können wir gleich rauskriegen. Ja, ja, ja. Wenn ich nämlich weder, weder Allrad- noch Differenzialsperre hätte, dann brauchen wir auch, da können wir uns gleich einen anderen Wagen holen. Aber es sieht so aus, als wenn die Reifen vorne auch drehen. Ich glaube trotz alledem, der Wagen könnte etwas schwerer für uns werden. Was ist nicht sonst mal ins Aktiviertes, gell? Ich glaube, das ist jetzt weiß, weil es dauerhaft aktiviert ist und nicht abschaltbar ist oder so. Aber es sieht so aus, wenn meine Räder vorne eben gerade, guck mal, man sieht es auch jetzt. Äh, die greifen. Die greifen, die drehen. Ja, ja, ja. Das müsste immer an sein. Klingt auch wirklich wie so ein Schiffsmotor. Voll fett. Oh. Ist das nicht genau der richtige Ausblick, den man so am Morgen haben möchte? Hm. Oh. Hm. Oh. Ich habe schon viel zu viel Sprit verbrannt für die Aktion. Dafür, dass ich nur 30 on topes habe. Ja, der ist auch recht günstig, ne? Also. Wundert mich jetzt aktuell ja nicht allzu sehr. Sag ich mal so. Sag ich mal so. So, gucken wir mal. Irgendwo in die Richtung müssen wir. Das heißt, wir fahren mal bergab und schauen, was passiert. Ja, stimmt. Heute ist Frauentag. Berlin ist sogar frei. Ich glaube in Brandenburg und weiß nicht, wahrscheinlich noch in Bremen. Keine Ahnung. Aber irgendwo, glaube ich, auch noch. Wir brauchten aber auch Trinkmal in Berlin vor allen Tagen. Ja. Das ist halt auch so. Ich glaube, wir holen uns mal die Drone-Ski. Also, da sieht es schon nicht verkehrt aus, zum rüberfahren, oder? Auf jeden Fall deutlich besser als da. Ich glaube, da können wir uns schon mal so getrost drauf einigen. Und auch Skyler. Denn keiner ist geiler als Skyler. Ich glaube, das müsste schon durchaus ganz gut gehen, oder? Ja, ich denke schon. So, also fahren wir quasi hier hoch. Dann markiere ich mir mal als nächstes nur den. Wir müssen nämlich gleich drüber entscheiden, ob wir dann links oder rechts lang fahren. Jetzt werden wir sehen, was der gute Herr hier im Wasser sogar hat. Überall ist das aber kein Fall. Oder die haben es jetzt nochmal geändert. Also, eigentlich war es bis jetzt so, dass der Frauentag nur in Berlin und ich glaube, nur in Berlin und Brandenburg oder so ein Feiertag war. Also Berlin definitiv. Ich weiß ja nicht, was ich mir mit dem Truck angetan habe. Ganz ehrlich. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir mit der Kiste großartig weit kommen. Aber ich glaube, der kann nichts. Nur Berlin-Brandenburg. Ne, siehst du. Und MVP auch. Ach, das MVP. Also Mecklenburg. Ja, das ist doch supi. Bei denen bei... Eigentlich wundert es mich ja, dass das so ein Land wie Bayern, ja, die eh schon so scheiße viele Feiertage haben, dass die nicht eiskalt dazugeschlagen haben und sich den auch noch gegönnt haben. Ich fahre mal links hoch, glaube ich. Ich glaube wirklich, wir haben... Also, ich glaube... Wahrscheinlich würde ich mir einen Gefallen tun, wenn ich mich zurücksetzen lasse und wir einen anderen Wagen nehmen. Irgendwas sagt mir, dass ich das vielleicht in Erwägung ziehen sollte, aber... Man muss ja auch Holzwege zu Ende fahren, habe ich gehört. Also mache ich das nochmal. War nämlich gestern noch einkaufen. Man, auch Grau Wolfgang. War gestern nämlich noch einkaufen. Da haben wir uns gewundert, dass hier so ein bisschen dieser typische... typische Samstags-Rennen-Einkaufsmodus bei den Leuten eingesetzt hat. Morgen ist fein. Es gibt nie wieder was zu essen. Stürmt die Läden. Stürmt die Läden. Und dann ist es so ein bisschen uns aufgegangen. Und als der Kassierer meinte, und einen schönen Feiertag wünschte ich Ihnen für morgen. Und ich dachte auch... Was? Und dann ist es mir wieder eingefallen. Da war ja was. Machst du halt noch was schön mit meiner Freundin? Nö. Soll ich... Zeit arbeiten? Ich wüsste ehrlich gesagt, man feiert ja auch nicht wirklich irgendwas, oder? Also ich meine, es ist kein bisschen despektierlich oder auch was, ne? Aber... Weil der Frauentag ist doch eigentlich eher so dazu da, um halt darauf hinzuweisen, dass es da noch Probleme gibt in Sachen Gleichstellung oder irgendwas jetzt. Also ich will gar keine Diskussion loslegen. Wirklich gar nicht. Da habe ich absolut gar keinen Bock zu. Ich meine, das wirklich nur so. Also ist ja nicht irgendwie wie... Wie... Keine Ahnung. An Ostern oder... Weiß ich nicht. Weihnachten. Da feiert man, dass man Geschenke kriegt. Keine Ahnung. Also... Ist hier doch noch ein bisschen was anderes. Oder nicht? Oder doch? Ist doch mehr so ein... Gedenktag. Und auch Rio Dark Flame. Oder ist das... Soll ich das so verstehen, dass es eher so wie bei so einem Geburtstag ist? So nach dem Motto. Oder wie? Ich meine, da habe ich ja prinzipiell jetzt ja auch erstmal nichts für getan, dass ich Geburtstag habe. Und dann werde ich den Tag ja irgendwie gefeiert. Ich meine, das ist auch nicht despektierlich. Auch wenn ich ein Grinsen auf dem Gesicht habe. Ich meine, das ist auch nicht despektierlich. Aber wenn das... Wenn das so gemeint ist, yo, dann müsste man wirklich irgendwie so ein bisschen gucken. Weil ich habe mich ja auch so ein Stück weit an den Valentinstag gewöhnt. Obwohl ich das eigentlich für kommerziellen Quatsch halte. So. Wir lassen es mal ein bisschen dunkler werden. Dann mache ich mal die Lämpchen an. Dann gucken wir mal, was passiert. Also bis jetzt mit allen, die hier irgendwie auch wohnen oder irgendwas oder keine Ahnung. Wenn es so Richtung der Frauentag in Berlin als Feiertag geht, dann ist der Tonus eigentlich immer nur, yay, freier Tag geschenkt. Und sonst halt irgendwie gar nichts. Ich glaube... Also das ist es halt. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwas feiert. Sondern. Aber so. So wie die... Wie hier vor allen Dingen... Wie ist denn das immer mit... Wenn Jesus draufgegangen ist? Jesus, der zerstört. Da gibt es doch auch irgendwie was. Und da feierst du ja eigentlich ja auch nicht. Ist es nicht Ostern? Oder sowas? Ich meine, ich habe es mit Religion nicht so sehr. Ich bleibe bei dem Lieblingssatz meines Lieblingskabarettisten. Bis bald. Wir vermissen dich. Religion ist für Leute, die in der Alkohol nicht vertragen. Aber... Da gibt es doch auch irgendwie so Tage... Da feiert man ja nicht wirklich, sondern... Was ist denn hier mit Buß- und B-Tag? Den gibt es doch irgendwie bei den Katholiken. Da feierst du doch auch nicht. Ist doch eher so eine Selbstgeizlungsnummer, oder? Na ja, oder? Und zwar... Erlaubt ist immer noch was Spaß machen. Na warte mal. Aber Ostern direkt... Ne, 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 Monster. Warte mal. Irgendwas ist ja dann auch mit... Ist da nicht... Wie war das? Irgendeiner der Feiertage Ostern ist halt aufgegangen. Und irgendeiner ist da wieder auferstanden. Deswegen musst du, glaube ich... An den ersten Osterfeiertagen... Sagst du deswegen nicht irgendwie... Irgendwas. Weil dann wäre das so komisch. Weil er dann halt gestorben ist. Und dann... In den Hinteren ist er wieder... Ach Gott, da blickt doch keiner durch. Ich bin ein bisschen stolz... Auf meine coolen neuen... Zuscheinwerfer, die ich mir extra geholt habe. Das ist eine einfache Furt. Ja, die Kiste wird schwierig. Ich bin mir jetzt ganz sicher. Vielleicht, wenn man wirklich... Nirgendwelche anderen Ausbaustufen noch für die hat. Oder so könnte... Vielleicht noch irgendwann was werden. Aber... Heidenei, Heidenei, Heidenei. Ich bleibe echt überall clean. So, jetzt machen wir kurz den Motor aus. Ich weiß nämlich tatsächlich... Gar nicht mal unbedingt... Ob ich jetzt... Hier direkt... Ne? Hier so weiter muss. Ich meine, ich muss auch noch hier hin irgendwann, nicht? Guck mal, hier gibt es noch mal einen Außenposten. West. Hätte ich, glaube ich, auch hin gekonnt. Gehen wir nicht drücken. Ja. Dann fahre ich, glaube ich, erst mal zu dem... Aha, guck mal, hier ist auch ein Außenposten. Ähm, 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 ähm. Ja? Habe ich mit der Drohne schon so weit? Wir können ja mal schauen, ob da eine Furt ist. Hey, guck das. Ich würde sagen, ja. Nicht richtig gut, aber ich würde sagen, ja. Dann mal los. Und auch Kehrtäcke. Allrad und Differenzial kannst du zuschalten? Kann ich nicht. Weißt du? Du hast jetzt gar nichts. Das sieht eher danach aus, als wäre das immer an. Wie gesagt, man sieht es jetzt noch zum Beispiel um einen Vorderräder. Oder er ist nur ein Fronttriebler. Aber das glaube ich auch nicht. Es sieht eher so aus, als wäre es immer an. Das Bufastor. Ja, der, der lange Axtstand, der macht mich auch fertig. Ja, aber guck mal, beide Räder, beide Achsen drehen. Ja, ja, ja. Also Allrad hat er definitiv immer an. Und da das beides so komisch aufleuchtet, tippe ich mal drauf, dass wahrscheinlich beides immer an ist. Du musst es erst kaufen. Aber guck mal, man sieht es wirklich, wenn er frei steht, man sieht, dass beide Achsen schwingen. Also definitiv muss da irgendwie sowas dabei sein. Wahrscheinlich dieses extra zuschalt- oder abschaltbar, ne, dass du überhaupt die Möglichkeit hast. Ich schätze mal, das wirst du wahrscheinlich kaufen müssen dann irgendwann dazu. Also, aber jetzt ist es definitiv an. Das erkennt man. Ja, auch jetzt, ne. Das würde ganz anders aussehen, wenn du da kein Allrad drin hättest. Ich habe tatsächlich aber auch nicht die allerbesten Reifen da drin. Das kommt auch nochmal so mit dazu. Und jetzt noch nicht so viel Wohl. So, Freund. Bist du ne Fuad oder bist du keine Fuad? Ich glaube, du bist ne Fuad. Die Fuad, die Fuad. Ich habe... Ich konnte einen Satz besseren Reifen kaufen, aber wirklich nur einen besseren. Das waren... Offroad-Reifen. Das waren schon Offroad-Reifen. Aber die guten waren es nicht. Ich glaube, das waren die billigsten oder so, die ich jetzt nur zur Verfügung hatte. Na ja, also... Der wird mit Sicherheit auch noch besser, wenn du da ein bisschen was machen kannst. Na, so ist es nicht, aber... So aktuell... Jetzt so aktuell, würde ich sagen, hatte ich da auf jeden Fall schon Autos. Die haben vom Start weg her ein bisschen besser, ne. So ein bisschen besser. Performelt. So. So. Tja, jetzt ist die Frage. Ich hoffe mal, ich komme hier durch. Hier an der Schräge. Würde sagen, ja. Na, versuchen es. Wenn wir hier sind, haben wir den halben Weg ja irgendwie schon geschafft. Und sind fast bei... Das ist eine große, HR-A husk. Ich weiß, es geht nicht ganz gut. Aber er klingt super cool Also Pluspunkte auf jeden Fall In Style und Sound Das kann man schon mal festhalten Ich finde für sein Tankvolumen Also gefühlt verbrenne ich sehr viel Ich schätze mal halt wirklich Weil Differenzial und Allrad Permanent an ist Also ich muss schon mir jetzt langsam Aber sicher Warte mal Ich muss gar nicht runter Ich brauche damit gar nicht fahren Also ich muss schon schauen Dass ich demnächst irgendwann auch wieder Sprit bekomme Wo ist mein Räuer? So ungefähr So ungefähr Das habe ich mir mal vorgestellt Es gibt noch ein cooles Feature Mein lieber Ben Was hierbei neu ist Kennst du den? Pass mal auf Jetzt Die Winde sagt nö So kurz Jetzt kann ich Nicht nur ziehen West No Runner Ich kann auch drücken Das heißt ich könnte mich jetzt rückwärts Langsam irgendwo einen Hang runterlassen Ist das geil oder ist das geil? Das plus das Reifenfeature Also dass du Luft rauslassen kannst Ist schon ganz geil Wie ich finde Drücken? Ja drücken Ist doch klar Ist doch klar Schön dass du da warst Maria Bis zum nächsten Mal Moin 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 Haraldus Ja das mit dem Drücken Haben sie glaube ich Ein bisschen komisch übersetzt Ja Aber ist geil So jetzt bleibt dabei Richtig viel Spritikowskis Haben wir eigentlich irgendwie nicht mehr Aber ist okay Ah na ich würde sagen Boah Ehrlich gesagt Auch wenn hier Sumpf ist Sieht die Strecke ein bisschen besser aus Ich glaube ich komme mit Sumpf besser zurecht Als mit Felsen Weil ich in der Mitte Recht schnell aufbocke So jetzt Mal das nämlich mal machen Wenn ich in der Mitte drücken könnte Ja Das machen wir nämlich den hier Eigentlich müsste es jetzt nicht unbedingt Aber jetzt Geben wir höher Höher nach Und richten den Baum wieder auf Yay Die Natur erholt sich Zack Ah jetzt war es nicht so richtig spektakulär Weil War nicht so richtig nötig Aber So für Abstiege ist es schon ganz nice Da kann man schon glaube ich ganz gut nutzeln Was ist denn du? Ey lass mal gut sein Ja Ist jetzt die Frage halt Links oder rechts rum? Schauen wir uns das mal an Ach das sieht entspannt aus Ich würde sagen wir fahren hier durch Ja Das sieht gut aus Morgen Silent Surfer Noch ein Monat Bis zum Jubiläum Ich danke dir Für 23 Monate Dein Stufe 1 Danke sehr Bis zum Jubiläum Ja So. Ja, ich finde, was es noch geben müsste, wäre irgendwie so aussteigen und so ein Brett unter das Auto, unter die Reifen legen oder so. Oder was ist... Oh, noch Busy. Oh, danke Busy. Für die 16 Monate Prime. Aber Moin, Moin. So was wäre zum Beispiel ganz cool. Ja, solche Sachen. So, jetzt bin ich schon auf Reserve. Ja, nice. Ich meine, hier sieht es schön aus, aber ich glaube, ich bin hier noch nicht so... Naja doch, da. Also zumindest das Gebiet werden wir erkunden können. Danach wird es spannend. Also zurück komme ich so nicht mehr. Keine Sorge, ich habe ein Klappfahrrad dabei. Übrigens seht ihr das Ersatzrad, das ich habe? Das ist gutes. Dann ist es so ein Schlammrad oder sowas. Na, dann richtige Ding. Viel besser als meine, die ich drauf habe. So, dann machen wir mal. Neue Gebiete. Oh, richtig. Da sollten wir hin. Da sollten wir definitiv hin. Erdnuss-Budder. Kleine Mühe. Honig. Und Vanille. Allweiß. Also. Allweiß-Shade-Buschmacken. Aber tatsächlich mit echter Vanille. Hey. So aus, als müsste ich mein Auto nochmal bewegen. Moins. Salö. Na? Wat wird gefrühstückt, Salö? Wat gewidet? Im Hotel. Tja. Wissen wat fehlt. Ja, hier oben noch. Sieht ja ehrlich gesagt nicht so ziemlich danach aus. Ich benutze... Doch, doch. Ich glaube, ich komme hier oben rüber. Boots. Ja, doch. Schwierig, aber könnte klappen. Jetzt sowieso nicht mehr. Schnell kann ich die Drohne noch benutzen. Gib mir die 100%. Wenigstens das. Ja. Warte mal. Habe ich was im Inventar? Ja, aber ich hätte sogar einen Bodenanker gehabt. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt zu dem Ding. Außenposten West. Nois. Der ist gar nicht mal allzu weit weg. Den könnte man sich sogar wirklich mal überlegen, ne? Was haben wir hier noch? 100 Reserve? Naja. 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 Hier nicht schon direkt verkaufen? Ja. Naja. Naja. Ach, zurück nach Berlin. Kennst du das, Alter, wenn du zurück nach Berlin fährst? Und so die ersten Meter, die du nach Berlin reinfährst, die Berliner Luft riechst. Und du weißt, okay, nicht so gut. So, finde ich, kriegt man es immer gar nicht mit. Aber wenn du erst mal raus bist, dann merkst du es irgendwie schon, wenn du zurückkommst, dass da irgendwie anscheinend Unterschiede sind. Könnte allerdings auch daran liegen, also hier habe ich es tatsächlich in Südwestberlin nicht so sehr. Könnte aber daran liegen, dass wir früher, wenn wir nach Norden quasi rausgefahren sind, über die Heerstraße reingefahren sind. Und ja, ich meine, das ist jetzt halt auch... Ah ja, ne? Da darf es auch schon so riechen, wie es aussieht. Ist dann weniger verwunderlich. Aber da kann ich mich so als kleines Kind immer noch daran erinnern. Das heißt, wenn wir im Sommer schön zurück, dann Fenster auf, wir fahren nach Berlin rein, Fenster runter. Du riechst. Ist zu Hause. Boy, sexy walk. Nord-Ost-Berlin. Also so Richtung Buch oder wie? Oder eher noch weiter rum. Da sind sie alle. Schön. Ja gut, da hast du es wahrscheinlich auch nicht allzu sehr. Na ja, die Heerstraße ist schon... Ah. Ah. Aber da ist es halt auch echt geflastert, links und rechts von Hochraussiedlung und irgendwas. Also da ist es auch besonders hässlich, ein Stück Berlin. Das muss man schon mal fairerweise echt sagen. Mann, 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 Mann. Zahm. Müh. Müh. Eine alte Siedlung, alles ein eigenes Haus, eher ländlich hier. Das klingt sehr cool, das klingt sehr gut. Das ist nicht das gelogen mit der besten Luftvergleich zu anderen Städten. Es kommt drauf an. Also Berlin ist wirklich sehr grün, deswegen passt das schon so. Aber puh, ne? Also ja, es gibt definitiv so Hochrausstädtchen. Da ist halt nicht so geil. Und spätestens halt in den Hochaussiedlungen, frühmorgens, wenn die Hundescheißstunde geschlagen hat. Das ist richtig schwierig. Da kannst du, die können alle das wegnehmen, die können alle das nach Hause nehmen. Das spielt gar keine Rolle. Es gibt dort immer so eine gewisse Phase, wenn dazu noch leicht Windstill ist, da riecht das einfach überall nach Hundescheiße. Weil alle nahezu zeitgleich mit ihrem Köter rausgehen. Das ist wirklich widerlich. Geh, du Bus. Wir kommen. Wir kommen. Äh, was ist denn das hier? Mach den. Du brauchst mir ja gar nichts zu sagen, Samu. Aber ich will mal Samu-Maus sagen. Wegen Manu-Maus. Das hat sich so in meinem Kopf verinnerlicht mittlerweile. Da das so ähnlich klingt und so. Also jetzt die unverfängliche Frage. Darf ich dich Samu-Maus nennen? Ich glaube, ich habe mir gerade keinen Gefallen getan. Ah, witzig. Der gilt als... Interessant. Der gilt als Scout. Deswegen ist unsere Winde elektronisch. Spannend. Glück gehabt. Das heißt, ich hätte mich vorhin auch nicht unbedingt zurücksetzen müssen. Weil wir haben hier... Mach's mal. Mal gucken. Ich will mal wissen, ob das trotzdem funktioniert. Ja. Das Ding hätte ich ja vorhin nutzen können. Ich dachte, das wäre ein Truck. Und dann hätte das nämlich nicht funktioniert. Das ist ein Jahr. Und auch Miss Milady. Oh Moin. Und Samu, was sagst du? Ja? Das ist ein Jahr. Das ist gut. Zack. Jetzt komm mit. Hab dich nicht so... Frag mich ja. Ich meine, der hat ja einen gewissen Innenraum und so. Ich bin mal gespannt, ob wir bei dem ein bisschen mehr transportieren können. Und ich glaube, man hat das sogar gesehen. Ich glaube, da stand sogar dabei, wie viel Platz der hat. Also so ein, zwei kleinere Aufbauten hat der sogar auch. Aber jetzt bitten wir uns den mal kurz an. Ich fände es mega cool. Es gab einen Update tatsächlich. Ich fände es trotzdem megamäßig cool. Wenn man wieder den Sprit aus anderen Autos rausziehen könnte und alles bewegen kann und irgendwas dergleichen. Das wäre super, wäre das. Super. 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 Okay. Kann mich beschweren. Meine Chicky. Durchaus. Durchaus. Weil es ist heute Morgen wieder das Ding, ne? Ich mach auf und schau raus, denk. Oh, Frühling. Mach das Fenster auf. Oh, eiskalt. Minus gerade. Und früher ist minus ein Grad. Das ist schon wie will. Also zum Spiel. Oh ja, es gibt Autos. Ja. Manchmal gibt es dann auch zwei Autos. Also mir macht Spaß. Ich hab ja SnowRunner gespielt. Ich finde den Anfangspart zu leicht. Also ich finde für jemanden, der halt irgendwie SnowRunner schon gespielt hat oder einer der Vorgänger, der ist irgendwie cool gewesen, hätte man das im Vorfeld irgendwie gekennzeichnet. so nach dem Motto, hey, wenn du schon Erfahrung hast bei dem Spiel, dann überspring doch vielleicht die ersten fünf Missionen. Also es ist natürlich ein bisschen, war es ein bisschen strange, wenn du in so ein Spiel reingekommen bist und dann ist es auf einmal sowas so brutal leicht. Vergleich zu SnowRunner. So, guck, 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 guck. Haben sie, jetzt sind sie wieder in diese schicke Casual-Falle getreten. Was viele Spiele ja ganz gerne machen. So, das war, das war ein bisschen komisch, aber, ne, so seit, ich würde sagen, so seit Spielstunde vier, ganz grob, es ist deutlich besser geworden und seitdem gibt es auch wieder auf jeden Fall auch genau diese Momente, die ich halt von so einem Spiel auch möchte, nämlich der Struggle, wenn du irgendwie an so einem Übergang bist, wenn du nicht mal richtig weiterkommst, wenn du irgendwie versuchen musst, alles an Trips und Tricks irgendwie rauszupudeln, nur damit du mal irgendwie noch ein paar Zentimeter weiter nach vorne kommst oder so. Also das ist natürlich schon ganz cool. Das geht. Habe ich mich denn jetzt schon wieder aufgewockelt? Sachse. Na ja, klingt super cool, aber ansonsten ist es echt grausam. Ich glaube, ich versuche sogar mal, hier hochzukommen. Bei vorhin konnte ich mich ja wunderschön hier erstmal purzeln lassen und jetzt ja irgendwie nicht... Die hat mega schlechte Bewertungen gespielt. Ja. Das ist das Kuriose daran. Ich kann sie sogar durchaus verstehen. Also ich... Ich würde bei vielen der, der, der... Der Argumente in den negativen Kritiken durchaus mitgehen. Das sehe ich zum gewissen Teil ähnlich. Aber deswegen macht es es halt für mich immer noch nicht... Also deswegen ist es für mich immer noch kein schlechtes Spiel. Ich finde, dass das Positive dabei, weil... Also das, was mir daran Spaß macht, trotzdem so sehr überwiegt, dass es immer noch ein schickes Spiel ist. Ich finde es tatsächlich nicht so gut, Ich muss noch mal... Aber es ist... Dazu das gehe ich. Und ich habe auch nahezu den gleichen Spielspaß da. Aber ich werde mir mal so eine Winde hier setzen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass uns am Ende des Tages wieder der Sprit ausgeht. Ich sage mal, wenn mein SnowRunner-Spaß bei SnowRunner-Typ logischerweise bei 100% liegt, dann bin ich hier so bei 80% bis 90%. Oh, das ist schon okay. Aber ich bleibe dabei. Ich finde das auch richtig, dass man es mit SnowRunner vergleicht. Also... Ich meine, das ist mal auch irgendwie der Nachfolger. Es nennt sich selber sogar ein Mudrunner-Game. Also ich finde es ja sogar... Das ist ja das Witzige. Rein theoretisch ist es ja sogar noch schlimmer. Hätten sie es sogar nach SnowRunner benannt, was ja schon akkadiger ist als Mudrunner. Nein, sie nennen es sogar ein Mudrunner-Game. Und es ist das akkadigste aus der ganzen Serie. Das ist halt schon ein bisschen strange. Also da haben sie sich halt auch selber echt keinen Gefallen getan. Da bleibe ich dabei. Also wenn Battlefield-Typ rauskommt und Battlefield-Typ ist, dann vergleiche ich es natürlich mit Battlefield. in erster Linie. Also... Warte mal. Er steht. Da rutscht er. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Nee, nee. Sag mal, könnte der mal hinten bitte seine Handbremse anziehen? Versuche mal ein bisschen... Oh, shit. Ich versuche ihn mal davon zu überzeugen. Also wenn er wenigstens den ersten Gang einlegen würde, ja. Ja. Und... Ja, jetzt geht's mir... Oh nein, zu weit, zu weit. Schon, tu es. Ich muss ihn hier querziehen, sonst funktioniert halt alles nicht. Da stößt er sonst gegen. So. Oder? Mal gucken, vielleicht erwische ich ihn hinten. Mach mal eben den Motor aus. Das mit diesem Abschleppen kostet so viel Sprit. So dermaßen viel Sprit. Ja, ne? Ich sag mal so. Hätte ich das vielleicht auch hier vorne und dann so hoch versuchen können, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Dann machen wir das mal. Ja, aber es bleibt dabei. So Bewertungen sind halt auch... Selbst bei zigtausend oder so. Das ist halt im gewissen Teil halt auch echt immer ein Indiz. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen sich da allzu sehr von irgendwie treiben zu lassen. Macht halt einfach auch kein Sinn. Ich schau auch drauf. So ist es nicht. Ein Spiel, was ich jetzt gar nicht kenne. Nehmen wir mal an. Weiß ich nicht. So Sky Raft oder so. Wenn du dann so ein Spiel hast und das hat dann irgendwie... 30.000, 40.000 Bewertungen ist irgendwie 96% positiv. Dann kann ich irgendwie schon davon ausgehen, dass man irgendwas kann. Ja? Aber wenn es dann halt meinen Geschmack nicht trifft, dann sind die 96% ein Scheißwert. Das ist dann halt einfach so. Also auch da ist es halt wirklich alles ja immer nur so ein anfängliches Indiz. Das ist schon mal gut. Warte mal. Auf Stein konnte ich den nicht setzen, ne? War das nicht so? Genau. Das geht nicht. Eigentlich keinen Bock hier runter zu kurzen. Oh, jetzt drehen alle frei. Nein. Beweg mich. Beweg mich. Beweg mich. Ich, du, mich. Ich, dich. Ich, dich, du, mich. Das wird jetzt spannend, aber ich mach's mal. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, oder? Ungefähr genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Gleich geht's wieder. Gleich geht's wieder. Kann auch rückwärts hochfahren. Eigentlich gar kein Problem. Naja, aber du sagst ja selber, ne? Es ist so wie Battlefield mit Call of Duty zu vergleichen. Das sind halt zwei Spiele-Serien. Das hier ist es nicht. Und es nennt sich ja sogar so. Das ist es ja. Das meine ich ja gerade dabei. Genau, das ist ja mein Argument. Hätten sie jetzt einfach das Ding nur Expeditions genannt, ne? Zum Beispiel. Dann wäre es ja noch was anderes gewesen. Aber sie nennen es ja sogar a Mud-Runner-Game. Das, ich glaube... Das war nicht so schlau. Oh, noch Schimmelstopp. Moin, 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 moin. Genau, dann ist es ja dabei. Aber ja, wie gesagt. Spielt unterm Strich ist es einfach vollkommen Wumms. Ich meine, das ist ja eh kein breitentaugliches Spiel. Also, das wird keine Verkaufszahlen erreichen wie in Call of Duty oder was auch immer dergleichen. Und ich glaube, jeder, der sich dafür so halbwegs interessiert, auch schon für die Vorspiele interessiert hat, wird sich das anschauen. Ja. Und wird dann halt das für sich selbst entscheiden. Es ist einfach zu nischig. Das ist halt einfach so. Und so war es bei mir ja auch, ne? Snowrunner finde ich mega cool. Ich war hier am Anfang, ne? Bei einigen Veränderungen durchaus auch ein bisschen skeptisch. Habe es mir dann quasi dann genau angeschaut. Habe für mich selbst dann realisiert, alles klärchen, ne? Spätestens, wenn er halt dann die Schwierigkeit so ein bisschen anzieht, macht es echt Spaß. Und dann hat es auch wirklich die Snowrunner-Momente irgendwann. Das ist schon dabei. Auch gut, ne? Auch wenn es halt so ein, zwei mechanische Sachen gibt, mir nicht so gefallen. Also Spielmechaniken und Sachen gibt, die mir nicht ganz so sehr gefallen. Habe ich sehr viel Spaß dran. Das ist das Wichtigste. Mal gucken, ob wir eine meiner größten Kritikpoken heute nochmal wiedersehen. Nämlich, dass dieser Werteherr da hinten gleich zurückgesetzt wird, wenn mir das Sprit ausgeht. Und nicht einfach da liegen bleibt, wo ich ihn zurückgelassen habe. Sondern die Geisterhand dann kommt und das Ding wieder selbstständig zurückfährt. Das klappt ja aber nicht so gut. Der Sprit geht aus. Ich stehe auf einem Stein. Bist du. Ja, die Kiste ist jetzt halt nicht so ganz so richtig gut geeignet. Für die allermeisten Sachen, ne? Da ist halt irgendwie was. Aber er klingt toll, ne? Was ist das? Jetzt mal, wenn ich ihn vielleicht hier oben anbinde. Habe ich mir was ganz anderes darunter vorgestellt? Aber es hat vorgezogen. Das war... Na? 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 Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Nein. Den da. Ja. Ja. Tu es. Gigi, Gigi. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Kann man mal machen. Jetzt hab dich nicht so... Ich hab dich nicht so... Nein. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Ich werde ihn wenigstens hier noch das Ding hier hochkriegen. Ich hab nämlich gleich ein Problem. Ich hab nämlich gleich kein Sprit mehr. Zieh durch. Zieh durch. Haben wir ein bisschen in der Schule damals auch gesagt. 6, 7, 100. Hat mir schon damals nicht geholfen. Hat mir schon damals nicht geholfen. Was hat er denn jetzt schon geholfen? Was ist denn wieder? In? Ah. Was? Der hat ist gleich kein Sprit mehr. Damit großes Problem. Ich glaub, das ist was komisch. Ich glaub, nämlich den Geforce zu sehen. Weil er ist doch noch so früh am Tage. Ist er eigentlich gar nicht da. Aber jetzt ist er hier Das ist wunderbar Ist das nicht toll? So, okadoke Außen, Borsten, West Ich bring mich da mal hin Was kostet jetzt wieder? Aber ich brauch's Homeoffice Ah, ich verstehe Ich verstehe Das ist doch nice So muss das Ich verstehe Hey Ah, hier sehe ich noch so ein, zwei Problemchen gleich Wenn wir den ziehen Ich glaube auch, ich werde Sobald wir den Truck hier oben fertig gezogen haben Ja, guck mal, wie weit wir mit dem Sprint noch kommen Ich glaube, ich werde dann In den anderen Truck wieder fahren Hallo Weil ihr könntet durch den hier mal versuchen, ne? Weil ich kann der ja was Also wenn es der ist noch aus SnowRunner Dann kann er eigentlich nix In der Nähe gibt es auch irgendwie keine Schulen Insofern Ist der quasi auch unnüß Aber Naja Wir gucken mal, was geht Ich fände ja Die hätten Die hätten einfach mal Auch den Witz mitgehen können Und hätten hierfür Irgendwie so eine So eine Eis- oder Bonbon-Lackierung Dem geben können Einen Augenblick lang Dachte ich, ich hätte keinen Kaffee Ach, die wäre ich so Ach, vielleicht kriegen wir so die Quest noch In einem Bereich, den ich abscannen muss Der ist gar nicht so weit entfernt Hooray Hooray Es kommt gleich ein Truck Da haben die da Da haben die da Ups Yeah So Jetzt schauen wir mal Also ich muss hier in die Oh Ich muss hier in die Richtung Ich sehe eigentlich nur ein Weg Ich habe nämlich wenig Sprit Deswegen müssen wir das Ganze Ein bisschen direkter machen Ich war Shit Ich habe das Vergessen die Aber zu starten Ist Sag ich euch Ist Dann Hier wird kein 4K Aber die Twitch-Aufnahme Das ist ja ärgerlich Aber zum Glück jetzt mit dem Partner gedöhnt und blau und irgendwas gleiches und mehr Bits die ich da rein Also Pay Bits Ist ja gar nicht da rein Weil er kann Ist ja tatsächlich ein recht angenehmes Das passt schon Aber trotzdem ist es ärgerlich Vor allen Dingen Weil ich am Anfang auch irgendwie Die ganze Zeit keine Aufnahme Nee, ich habe vergessen die Aufnahme zu machen Manchmal soll es einfach nicht sein Und ähnlich wie Utrecht Ich bin ein Mann des Schicksals Also Da werfe ich mich auch nie bei dem Schicksal Aber das war eindeutig nicht meine Schuld Sondern Schicksal Ganz eindeutig Ich brauche gar nicht runter purzeln Irgendwas passiert Genau Sehe ich da Auf geht's Cheat-Modus Activated So, jetzt kann man mal schauen Da drüben steht ja auch ein Truck Gucken wir mal an, was das Feiner ist, oder? Sieht spannend aus Da muss ich auch mit einem anderen Auto ran Da muss ich einen meiner anderen nehmen Und die echt randvoll mit Sprit packen Sonst passiert da nichts Und ich schätze mal Ich werde die Brücke dafür fertig bauen müssen Irgendwie sowas Aber Bock zu denen zu holen Hätte ich ja durchaus schon So ist es nicht Ich kann eigentlich auch den hier machen Scanne das Gebiet ab Erkunde 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 So So 88% Das heißt hier vorne den Bereich Werden wir noch brauchen Also fahren wir ein bisschen an der Küste lang. Also ich hätte schon durchaus Bock, den da vorne auch noch zu holen. Vor allem so extrem weit ist es nicht entfernt. Die müssen nur gucken, wie wir da hinten halbwegs hochkommen. Ein Sniperito hier. Ja, ich glaube auch. Ein seltenes Albino Rehkitz. Das hier kombiniert mit Way of the Hunter zum Beispiel, oder Call of the Wild. Dann wäre es so das absolute stilistisch-klischeehafteste männliche Spiel, das es überhaupt gibt. Dicke Motoren, Tiere abknallen. Wenn du dann dazu noch zu Hause irgendwie so eine Whisky- oder Biermanufaktur oder sowas hättest, die du dann mit dem Geld ausbauen könntest oder so. Ja, 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 ja. Und wir die 100. Yeah. Erkenne mindestens drei unbekannte Punkte auf der Karte. Hätte auch nur ein Tausie extra gegeben. Guck mal, Getriebe freigetunet haben wir freigeschaltet. Und da 15 insgesamt. Ich geh mal noch nicht zurück. Ich will mal nämlich mal kurz scowdeln. Nein, wir haben hier noch den Wagen. Nicht? So, also hier ist klar. Hier werde ich ihn ziehen müssen, hier über die Brücke. Sonst wurde das schwer. Die Frage ist tatsächlich. Was dann? Also hier hoch kriege ich den nicht. So, gar nicht, gar nicht. Nein, nein. Vielleicht eher hier runter und dann da irgendwo hoch. Ich glaube, ich fahre mal eben noch so ein bisschen hier rum und erkunde mal den Bereich hier. Weil so ansonsten ist es hier einfach abartig hoch. Wohl hier hoch. Hier ging es vielleicht. Hier sind wir recht gut, konnten wir hier so einfach hochfahren. Das ging klar. Das heißt aber zumindestens, vielleicht den Terrassenweg. den Restlichen Sprit, den ich noch habe, würde ich dafür ganz gerne mal verwenden und mal gucken, was da hinten so aussieht. Ach, nee, 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 nee. Das machen wir mit einem anderen Auto. Das machen wir mit einem anderen Auto. So, ho, 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 ho. Tolle Aussicht. Tolle Karte. Schön. 16,9, ne? Guck mal, wir kriegen ein Upgrade als Belohnung und so. Spezi müssen wir mitnehmen. Ich kann nehmen, was ich will. Dann würde ich sogar schon, würde ich den hier wieder mitnehmen. Zufügen. Was haben die hier mir an der... So. Sprit, 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 Sprit. Noch mehr Sprit. Und ins Inventar packen wir uns mal das hier rein. Sollte soweit gehen. Was ist denn das hier? Wieso kriege ich denn keine Ersatzteile? Freunde. Das ist ein bisschen komisch hier gemacht. So. Ah, gut. Okay, passt. Und scheint. Spezi. Ah, die Arcade. Da ist sie wieder. Da kommen wir dazu. Und gib ihm. Müssen wir mal schauen. Haben wir hier was? Genau. Hier war der, den wir da abholen müssten. Jetzt ein Koloss. Ja. 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 Schwierig. Sehr schwierig. Ich glaube ja nicht, dass es hier ein Koloss gibt. Das ist auch gut so. Ich wüsste nicht mal, ob du mit dem hier wirklich besser zurecht kämpfst. Ich meine, der ist ja auch, ne? Zu groß und so. Da hast du, glaube ich, schon auf Dauer eher ein bisschen Probleme. Das kann ich eigentlich instant wieder umdrehen. Und kann... Na ja, das war auch von immer an. Gelb ist zusatzbar, äh, zuschaltbar an. Ausgegraut ist aus. Und hellweiß bedeutet immer an. Moin, moin, Brumbe. Schönen Freitag. Ist es heute Freitag? Ich glaube mal. Ich danke dir für dein Prime-Abonnement im elften Monat. Danke sehr, danke sehr. So. Was bauen wir denn hier? Guck mal, wir müssen hier doch alles bauen. Scheiße. Gott. So, passt. Jetzt müssen wir mal gucken. Taste das Flugzeug und die Umgebung mit der Drohne ab. Da hinten? Ja, die auch da hinten überwohin spawnen können. Wo du kriegst, hier in das Flugzeug? Das ist alles da. Warum, was mache ich hier hinten? Ist doch schmuh, Freunde. Muss woanders hin? Feldlager. Da müssen wir hin. Ja. Hallo. Okay. Da wären wir. So. Ho, 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 ho. So. Recht entspannt. Je nachdem, wie es da läuft, warum wir es wirklich so schnell bekommen, würde ich sagen, schaue ich sogar wirklich mal, ob ich doch den einen Wagen habe. Die Brücke kostet 75 im Aufbau. Wir haben nur 50 dabei. Das heißt, da müsste ich mal schauen, ob ich da nicht irgendwie noch mal ein bisschen was tausche. wer weiß. Wer weiß, wer weiß. zockt. Aus. Weil den Weg hier nach vorne rechts sind, kenne ich eigentlich ziemlich gut. Der ist eigentlich nicht schwer. Sollte also durchaus recht schnell klar gehen. Und ich bin massiv mit extra Sprit unterwegs. Also eigentlich müsste das was werden. Weil ich glaube, ohne Brücke aufbauen werden wir den hinten nicht bekommen. Das könnte halt ein Problem werden. Heute Abend ist noch nicht ganz klar. Was ist da? Und auch der Pinke. Wie gesagt, ich wurde angeschrieben von 1, 2. Es könnte sein, dass ich schon vorab was spielen darf, was ziemlich cool sein könnte. Da warte ich aber noch auf eine Antwort. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst nach dem Streamlust dann irgendwann entscheiden, was dann heute Abend kommt. Ob es dann bei DayZ bleibt. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich kann es halt noch nicht sagen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Wäre du schon was Witziges bekommst? Wie gesagt, es gibt mindestens zwei Spiele. Einen sind es sogar drei, aber zwei, die sehr interessant sind. Aber die sind halt auch noch alle in der Mache und naja. Scan das Flugzeug. Scan das Flugzeug. Und dann den hier machen. Dann müssen wir mal schauen. Dann müssen wir mal gucken. Wenn die Strömung in die Richtung geht, könnte ich ihn hier auch einfach reinschmeißen, rumfahren, den hier irgendwo wieder einsammeln. Jetzt klicken wir nach einem absolut realistischen Szenario. Dann werden die den da direkt auf der Seite schon über die Brücke ziehen müssen. Ich glaube, alles andere ist nicht möglich. Mit dem hohen Schnorchel könnten wir vielleicht den sogar komplett durch den Fluss ziehen. Das ist sooo viel geiler mit dem. Sooo viel. Ein bisschen komisch, den wir da davor haben. Ja, hier ist schon. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, hier ist es. Das war's für heute. Aber ich hab da ja noch was. So ist nicht. Ja, bis auf das ich da eigentlich gar nicht lang will. Ich muss nur ganz vorsichtig rückwärts fahren, weil sehr viel Spielraum zum Rangieren hab ich eigentlich nicht. Ach, jetzt komm schon. Was soll das? So. Ich glaube, das machen wir... Was? Nein. Ich grafiere das Flugzeug. Das ist jetzt irgendwie bei Nacht ein bisschen schwer. Okay. Er hat mir doch grüne angezeigt. Ich glaube, das mach ich mal eben bei Tag. Okay. 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 Dann mal los. Okay. 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 Wir sind mal schlafen. Sometimes he is be good dishes. Okay. 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 Und so müssten wir es hinkriegen. So müsste es durchaus drin sein. Hat es gearbeitet? Weiß ja nicht, ne? Schicht und so. Ich arbeite hier im Schlaflabor. Also in der Uni damals. Das war FU-Zeiten, genau. Da gab es immer mal wieder Ausschreibungen. Da konntest du dann, für welche Testzwecke, konntest du dann quasi dich zum Schlafen bilden. Das war ganz witzig. Also ich habe es nicht gemacht, aber... Hast du auch nicht viel bekommen, aber dann musstest du halt auch an Instrumente angekapselt werden. Also die überwachen dann auch deine Gehirnströme und irgendwas alles. Und dann konntest du quasi gegen Geld schlafen. Und ist dann an der Abends hin. Wurde es verkabelt. Und hast du einmal geschlafen. Hast du aufgewacht. Hast du gern gekriegt. Aber die Budgets für so Testreihen bei einer Uni von Studenten sind immer sehr gering. Das habe ich nicht gemacht? Ne, ne, das habe ich nicht gemacht. Das war nicht viel. Also das wäre jetzt nicht entscheidend gewesen. Das ist im Endeffekt auch nur so ein kleines Dankeschön. Also wirst du jetzt ja nicht mit 10 Euro damals 10 Euro die Stunde bezahlt. Und dann schläfst du da irgendwie deine 8 Stunden oder so, ne. So ist das nicht gewesen. Das musst du doch auch kennen, Quickus. Für die meisten, ich nehme an der Studie teil, Sachen kriegst du irgendwie... Also damals war es so vielleicht 10, 15 Euro auf die Hand. Ja, bei Medikamentenstudien kriegst du deutlich mehr. Aber willst du das, ist so die Frage. Kannst du natürlich auch immer auf Glück setzen und davon ausgehen, dass du in der Gegenprobegruppe bist, ne. Fotografiere die Ruinen. Kennst du was nicht, du hast was richtiges studiert? Das hatte mit deinem Studiengang nichts zu tun, Quickus. Das war generell über die Uni ausgeschrieben. Ich habe auch nichts mit Schlafen studiert. Aber man könnte vielleicht meinen und so, aber... Habe ich tatsächlich nicht... Ne, das war immer univeit, oder? Aber es hat immer irgendwelche Leute gesucht. Das allermeiste war halt wirklich immer so ein bisschen schwierig. Weil dann bist du da irgendwie Ewigkeiten irgendwo hingefahren und dann... Was so richtig cool war, dass du dann... Nicht umsonst waren bei solchen Studien in der Regel immer nur die Freunde da. Das hat nie was mit Geisteswissenschaft zu tun. Wie gesagt, bei Medizin und sowas war das so. Gab es das auch? Und, ne. Also Schlafstuhlien und sowas, das ist auch nichts mit Geisteswissenschaften. Sassassassassassassass. Science. Oh? Du hast nicht studiert, du hast eine Ausbildung gemacht Da siehst du viel Schmörder Da siehst du den Unterschied Ich habe Ich habe ja nicht fertig studiert Ich habe studiert und Bin heute So 21k Ne, wir machen aber weiter Und sind jetzt hier und bin YouTuber geworden Ich fand das bei der FU früher immer so witzig, da stand doch dann immer Mit dabei von wegen Die haben so ein Programm Damit du halt irgendwie danach Einen Job findest, kommt aber allerdings auch noch Aus einer anderen Zeit, das muss man fairerweise auch sagen War noch die Zeit, in der es Mehr Jobs als Arbeiter gab es nach dem Motto Dann waren immer so ganz freundlich formuliert Geschrieben nach dem Motto Wenn du da studierst, kriegst du damit keinen Job Da kannst du vergessen Da gibt es dann bundesweit irgendwie Fünf Jobs an irgendwelchen Universitäten Das heißt, wenn da mal einer stirbt Dann wird was frei Und auch da musst du wahrscheinlich zumindest den gekannt haben Der da gestorben ist Sonst kriegst du da nix Sonst kriegst du da nix Ja, ansonsten kannst du Taxi schreiben Oh, noch Früchte Guten Tag Guten Tag Bis alter kriegst du nur noch Angebote, wo du Hörgeräte hast Ey, wenn du dafür bezahlt wirst Ha, 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 ha Habe ich Die meisten der Medikamentenstudien sind entspannt Und ich trotze irgendwie keinen Bock zu. Also keine Ahnung, was die da mittlerweile zahlen. Aber ich schätze mal, da musst du mehr als 15 Euro für kriegen. Auf die Hand. Und ein Goodie-Bag. Aber irgendwie würde ich eher sagen, nee. Also bevor ich das mache, da gäbe es ja noch so andere Sachen. Ich glaube, dann würde ich eher so was die Sperma-Spenden machen oder so. Also mal ganz ehrlich. Also hatten wir ja irgendwann schon mal uns herausgesucht, was du damit durchaus verdienen kannst. Also je nach Qualität und Gedöns und Blah und irgendwas dergleichen. Was ist das denn? Durchaus lukrativ. Und irgendwann... Wängelst du an deine Haustür. Und deine Kinder stehen vor der Tür. Papa! Alimente! Ziele rumsitzen, ist der Qualität förderlich? Ja, ne? Also... Wie war das? Es kommt doch auf die Menge an und so. Auch danach, glaube ich. Und Intelligenzquotient, sowas zum Beispiel. Das ist auch alles durchaus entscheidend. Also da gibt es ja so mehrere Faktoren. Ich würde einfach mal darauf setzen, dass die anderen Faktoren da einiges Wett machen. Tischler. Na ja, ne? Also, ich sag mal so. Aber wir höchstwahrscheinlich ja nun doch etwas länger in dieser Wohnung hier bleiben. Auch wenn es uns eigentlich zu klein ist. Ich bräuchte da noch ein Maß an gefertigte Mini-Speisenkammer für die Küche. Das ist aber schräg. Guck mal, die Fließrichtung ist dort lang. 3-2-1-Risiko, sagt er. Da sind wir Kilometer Anfahrtweg. Ich weiß ja nicht. Mist. Ah ja, ich hab's versucht. Sag mal, Quickus. Ich hatte letztens mit meiner Freundin ein angeregtes Gespräch von wegen, warum man jetzt zum Beispiel im Zug die ganzen also warum man die nicht zum Beispiel schon automatisch fahren lässt und die Lokführer sozusagen ersetzt. von wegen, wie weit es denn dabei schon wirklich wäre, um sowas umzusetzen. Da erinnerte ich mich daran, dass du meintest, dass irgendwas mit dem Wasser und so gedöhnt ist. Und daran arbeitest du ja. Und dann hat das mit den Fähren oder irgendwie Frachtverkehr, der ja schon passiert. Ich hatte letztens in den normalen Nachrichten gesehen, dass die irgendwie jetzt schon zwei oder drei Testfrachter irgendwo unterwegs fahren. Jetzt direkt schon aktuell. Das heißt, es ist schon Rostwand, oder? Also, würde ich mal jetzt so drauf tippen. Ich brauche was, was meine Argumentation bestätigt. Jetzt geh mir weg mit deinen Zwing-at-Smileys und mach gute bei der Fische. Jetzt die Uhr würde doch auch Tischler ausfauen. Warum nicht? Habe ich denn ein Problem? Komm mir nicht weiter. Okay, das heißt, wir müssen es anders machen. Ich will die da noch haben. Auf dem Rhein und seit neuestem Ferngestellte sind seit neuestem Ferngestellte Faktor. Das ist ja nicht autonom. Das ist ja nur Ferngesteuer. Und in den Nachrichten meinten sie, dass du dort beides hast. Du hast dort durchaus noch einen Kapitän. Aber weil der ja rein, ne? Irgendwie war das, dass die dann irgendwie ferngesteuert nur Schichten übernehmen. Aber jetzt in der Testphase noch, dass es irgendwie so läuft, dass der jederzeit halt eingreifen kann. Das heißt also, seine Position eher gedoppelt ist aktuell. So, wir müssen mal gucken. Wir müssen nämlich jetzt einfach auch mal einen Weg finden, wie wir die Kiste am Ende des Tages hier halt auch hochbekommen. Nicht wahr? Das ist so die Frage. Weil hier rüber, wie gesagt, das kriegen wir hin. Ich glaube, hier ging es auch noch. Spätestens hier kriege ich einen hier hoch. Ich glaube, hier hoch. Das werden wir uns mal angucken. Ich werde jetzt quasi mal die Strecke fahren, wie wir ihn gleich ziehen würden. Bauen wir auf. Zack. Das muss was werden. Dann wünsche ich mir Glück. Züge sind sehr komplex. Aber im Vergleich zur Straße, ich meine, autonome Fahrsysteme, denn Autos haben wir ja zum gewissen Teil ja schon. Ich erinnere nur zum Beispiel an die S-Klasse von Mercedes, die bei maximal 60 kmh und auch nur auf Autobahnen und nur außerhalb von Baustellen komplett autonom fährt. Mit der Gewährleistung über Mercedes selber. Wenn da was passiert, übernehmen die, die fahren wollen. Also insofern, prinzipiell gesehen, gibbele dann das schon. Und da hast du ja dann Gleise. Also da kannst du ja noch viel eher dich nicht verfahren. Und zum gewissen Teil hast du bei den Zügen, oder du hast ja zum großen Teil auch bei den Zügen ja jetzt schon den Punkt. Ich weiß ja nicht, ob ich den hier hoch bekomme. Ja, der Fernsteuerung. Das hast du ja drin, diese, diese, ne? Nicht umsonst, dieser Totmannsschalter, bla und irgendwas dergleichen. Wenn du ein Signal überfährst, was auf Rot oder Gelb stand, wirst du zwangsgebremst. Wenn du zu schnell fährst, wirst du zwangsgebremst. Also auch da hast du ja schon eine gewisse Form der, der, der Kontrolle durch die Fahrdienstleitung. Tja. Schwierig. Also wenn es nichts anderes gibt, könnte ich versuchen, den da hochzuziehen, aber ich würde eher sagen, nein. Hier ist definitiv Ende im Gelände. Ein bisschen Signale erst digitalisieren. Naja, aber Schild, also, ne? So eine Schilderkennung hast du bei Autos ja auch. Das habe ich in meinem Auto und ich habe jetzt kein teures oder super modernes Auto. Das ist ein VW, das ist Technik von vor 20 Jahren wahrscheinlich. Und auch der erkennt Straßenschilder. Und ziemlich gut. Und wenn du das dann hast, plus ja dann, plus dann die, die, die Gegenkontrolle der Fahrdienstleitung, die es ja jetzt schon gibt, dann hast du ja quasi eine gewisse Notfallebene. Ich meine, das ist im Detail da noch mehr schwierig. Das ist mir bewusst, dass es alles mit Sicherheit nicht so einfach ist. Nur wenn die Sonne tief steht oder wenn es schneit, sind Kameras sehr fehleranfällig. Also ich, ich fahre meine Kiste jetzt schon seit 30.000 Kilometern ungefähr. 31.000, 32.000 Kilometern. Das gab in der gesamten Zeit, dass ich es mitbekommen habe, in der gesamten Zeit eigentlich nur einmal wirklich den Punkt, dass es Straßenschilder nicht erkannt hat. Das war, als es, als ich nachts in einem Schneesturm auf der Outbound so unterwegs war, dass es einen halben Meter Schnee an den Dingern hat, sodass ich einfach nichts mehr noch lesen wollte. Moin, 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 Inuki. Das Einzige, was halt noch so ein bisschen dabei ist, wenn halt keine Straßenschilder da stehen oder die Schilder halt zum Beispiel, ob die schräg sind oder so, da ist es manchmal halt auch. Aber sobald das Schild so da ist, dass ich das selber auch erkenne, erkennt es das Auto eigentlich auch. Das ist sehr zuverlässig. Und zwar so zuverlässig, dass ich mittlerweile selber was soll ich denn denn hier hochkriegen ansonsten. Hier? Also hier nicht. Hier. Hier kriegen wir ihn hoch. Ja. That is it. Das ist ein Upgrade. Da muss ich noch hin. Viertes Wort. Das ist doch viel besser. Ja, cool. Besser. Das muss man ja gar nicht so schwer machen. Ja, die Nachrichten meinten da auch so, da meinten sie auch, es hat kaum noch mehr Bock, irgendwie halt, irgendwie Frachterkapitän zu werden, so in der Binnenschifffahrt. Kann ich halt auch irgendwie nachvollziehen, ne? Aber auch da bleibt es unterm Strich halt auch wieder eine Sache der Bezahlung, ne? Also, ich denke mal, wenn du deren Gehalt verdoppeln würdest, von dem, was du jetzt aktuell bekommen, würdest du wahrscheinlich wieder welche finden. Und wir haben, also, ne, es ist ja so, ne, Fachkräftemangel, ja, ja. Aber es waren ja noch nie so viele Leute beschäftigt wie aktuell. Es hat noch nie so viele Jobs gegeben wie jetzt innerhalb Deutschlands. Also, ist ja nicht so, als wenn das irgendwie alles irgendwie weg wären oder so. Es gibt einfach nur mehr und unterschiedlichere und so. Das ist jetzt eher unpraktisch. Kannst du nicht gleich direkt nach unten fallen? Ja. Also, spannend bleibt es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr umwälzend. Das, das finde ich halt ganz cool. Endlich passiert mir was. nicht so wie in den 90ern. Seit der Erfindung des Smartphones ist es doch eigentlich nur Langeweile. Upgrade erhalten, Doppelmotorwinde. Ja, so ist es schwierig, aber hier kriege ich die Kiste vielleicht hoch. Mal noch Raiden. Und Leute, ist Mudrunner dem Snowrunner eh nötig? Was? Ist ja nicht Mudrunner. Mudrunner ist nochmal ein anderes Spiel. Spin Tires, dann Mudrunner, dann Snowrunner und dann kam das hier. Es macht Spaß. Es macht Spaß, aber es ist, es hat definitiv noch ein paar Schwächen. aber es macht Spaß. Ich spiele es jetzt mittlerweile schon zwölf Stunden, glaube ich. Zehn, elf, zwölf Stunden, irgendwie so. Ich habe Spaß dran und will es auch weiter spielen. Und wenn ich meine Augen schließe, ganz fest daran glaube, gerade bei so viel zu politischen Themen für den Chat, dann höre ich sogar Quikos Stimme. Ähm... Ah? Ist das so? steck auch. Da war der Körper. Die sollen einfach die Fracht anfangen mit Drohnen durch die Gegend zu bringen. Äh, nie... Da hast du dann die ganze Luft die ganze Zeit noch. Nie... Zig Millionen von denen bringen alles durch die Gegend. Dann kann ich mir bei Amazon Dinge bestellen und habe sie nur ein, zwei Stunden später direkt bei mir zu Hause. Nicht meine Augen schließe, höre ich Angela aus dem Keller brüllen, dass das nicht löschen soll, weil sie ihre Ruhe... Wat? Von Dom bekommst noch Hirnkrebs. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. So. Zum Glück habe ich wirklich die 75 mitgenommen, sonst hätten wir jetzt schon uns geärgert. Und zwar grande. Sprit ist noch gut da, aber das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Dafür will ich geplant, im medizinischen Bereich mit Drohnen. Ja, aber in allen Bereichen. Ich will, wenn mein XLR-Kabel mal wieder in die Binsen geht oder so, dann will ich hier auf meinem Handy, auf der App... Ach, Quatsch. Ich sag mal im Handy. Wir stellen mir ein XLR-Kabel, aber pronto. Express-Lieferung mit der Highspeed-Drohne. Dann klopft es eine halbe Stunde später an meinem Fenster. Wir machen nur noch so. Und dann habe ich es. Ich habe einen Traum. Der ich endlich mein geliefertes Essen warm bekomme. Jetzt soll ich zu viel verlaufen. Was sind denn die Reviews von 53% positiv? Was ist denn da los? Menschen! Es gibt für alles immer eine richtige Erklärung. In dem Fall heißt es Menschen. Menschen! Da fängt das Problem an und da hört das Problem auf mir auch an. Da machst du halt nichts. Das ist genau wie mit Kindern. Die eigenen sind lieb und tot schön und alle toll. Und die Fremden, die man nicht kennt, die nerven. So ist das mit allen Menschen. oder noch weiter runtergebrochen. Alle anderen sind halt immer auch schon ein bisschen komisch. Ich bin ganz normal, aber alle anderen sind immer ein bisschen komisch. So, wir müssen in die Richtung. Das heißt, ich wende schon mal. Ich bin der einzige Normale auf dieser Welt. Ich sag, das Spiel ist gut, dann ist das Spiel gut. Hey, aber so Drucker ins Netzwerk einzubinden in Ugi, das ist auch schwer. Also, erzähl mal halblang. Hast du das schon mal gemacht? Ach, bitte. Jetzt haben wir den schon wieder mal erwertet. Ich wollte doch mal anfangen vorwärts zu ziehen. Sieht aber auch echt aus wie ein Eisenschwein dahinten. Er ist doch gepanzert. Also, die Glaspartien hier, man nennt es auch Fenster, die sehen irgendwie gepanzert aus. Oh, die verdienstlich. Buchenlieferdienst wäre sehr gut. So früh morgens. Weißt du, so früh morgens? Du hast richtig Bock auf Frühstück. Hast keine Brötchen da, irgendwas dergleichen und lässt dir von einem Lieblingsbäcker die Brötchen liefern. So, ne? Kleines Stückchen Kuchen. Das ist, wenn aus so einem langen Frühstück dann irgendwann Kaffee-Kuchen wird. Das ist ein M-Rip. Keine Ahnung. Oh, das ist Essen. Jetzt glaube ich, ich gehe hier mit ihm runter. Heine Ahnung. Okay. So this hat Das ist so abartig. Jetzt mal, bin ich überhaupt eben in ihm dran? Bewegt dich! Er bewegt sich. Warum zum Dive bewege ich mich nicht? Das ist doch die Frage. Das selbst immer. Mit dem Drucker meinst du? Was blockt mich denn da? Ich glaube, ich bin doch über einen Stein drauf gefahren. Fängt ja schon mal gut an. Ich glaube, ich werde nicht drum herum kommen, immer stückweise selbst zu fahren und dann wieder andere anzubauen. Wozu komme ich denn jetzt hier auf einmal nur noch so schwer verraten? Ernsthaft? Ich bin doch hier von ganz super geschmeidig durchgefahren. Was ist denn hier los? Also wenn er weiter so geht, dann sehe ich für die Route, den hier abzuschleppen, echt schwarz, ne? Soll ich den nassen Hubschrauber? Ja, den, den hätte ich gern. Den hätte ich tatsächlich gerne. Ich bin hier doch vorhin super gut durchgefahren. Ich bin hier noch nicht sicher. Ich bin hier noch nicht gefahren. Ja, was ich hier noch nicht? Ich bin hier noch nicht. So, jetzt ziehen wir uns dann erstmal bis hier nach vorne. Der wiegt ja abartig viel. Nein, 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 ja. Ich meine, ich bekomme ihn bewegen, aber das ist schon... Okay. Hier hoch, hier runter. Ich kann die nicht so ellenweit durch die Gegend transportieren. Das funktioniert einfach schlichtweg nicht. Der Schnorchel ist auf der rechten Seite. Ich komme hier selber kaum noch voran. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass ich hier so viele Probleme vorhanden habe. So wird das nichts. Also was ich machen könnte, wäre deutlich mehr von den... Von diesen Bodenankern mitzunehmen. Er ist halt auch echt ein Klotz da hinten, ne? Ey. Das müssen wir anders machen. Damit haben wir schon genug Ressourcen weggeballert. Das heißt, wir nehmen erstmal die abgeschlossene Quest an. Und gehen dann mit einer neuen Quest maximal wieder rein. Okay, also. Bin aber echt unterschätzt. Wahrscheinlich, weil er gepanzert ist, wiegt der einfach krass viel. Und macht uns deswegen einfach nur Probleme. Könnt ihr... 56.000? Was? So, einen nehmen wir weg und packen uns dafür Ersatzteile rein. Genau. So. Jetzt packen wir uns ansonsten... Sprit dazu. Und ins Inventar... Dann haben wir den hier. So. Possen. 56.100. Meine Güte. Das ist aber viel. Trotzdem müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Also ich hätte den schon ganz gerne. So, da wären wir wieder. Ah ne. Jetzt bin ich auf einer anderen Map. Hier, den hier gibt es ja auch noch. Genau. Den hier haben wir schon mal ein gutes Stück gezogen. Bein der Trucks. Genau. Da hatten wir nur das Problem. Da haben wir den ja hier hinten rumgezogen. Dass ich dann hier irgendwann kein Sprit mehr hatte. Ne, hier vorne. Genau. Bis dann hatte ich ihn schon. Diesmal habe ich eine ganze Menge mit dabei. Schubsen würde helfen. Manchmal definitiv. Manchmal auf jeden Fall. Das ist schon ein Stück. Fahren wir wieder hinten durch den Sumpf durch. Aber, würde ich schon sagen. Dann müssen wir hier auch noch gleich was, was wir machen müssen. Na dann. Hey, hier hinten gab es doch Abwürfe. Die waren hier. Hä? Keine mehr? Wechseln die vielleicht tageweise oder so einen Spaß? Kannst du das sein? Das ist ja natürlich echt hart. Irgendwie so. Okay. Dann machen wir mal. Moin, Moin, Griffin. So ein Lastenhubschrauber ist halt ziemlich schwer. Also, schwer zu bekommen. Vor allen Dingen. Das hat wehgetan. Deutlich mehr als gedacht. Ja. So, damit wären wir unten. Ich darf meinen Motor auch noch nicht... Warte mal. Doch, doch, doch. Ein bisschen, glaube ich, kann ich sogar reparieren. Müssen wir eben mal gucken. Jetzt schon nicht mehr. Vielleicht ist der Abwurf ja da trotzdem noch irgendwo in der Richtung. Aber, ja, ne? Also, wenn ich noch eine Brücke oder irgendwas reparieren will, dann brauche ich halt die 75. Ansonsten ist schwierig. ... ist immer mal eine Chesna gesessen? Vielleicht mal... jemand eine Chesna gegessen hat? Würde ich sagen. Ja, du kannst das Teil auch essen. What? Ich habe in einer Cessna gesessen. Die habe ich nicht gegessen. What? Also, ja, habe ich. Ich bin im Süden, südlich, raus aus Berlin. Bin ich mit einer Cessna durch die Gegend geflogen. Ja. War auch ganz geil. Das Einzige, was mit den kleinen Fliegern halt immer hart ist, ist halt Turbulenzen. Selbst wenn immer eben so einen halben Meter durchgerüttelt wird oder so einen halben Meter absackt, dann fühlt sich das halt immer an, wie wenn du auf einer Achterbahn unterwegs bist. Das merkst du in den großen Maschinen halt gar nicht. Da muss da schon ein bisschen mehr passieren. Und in der kleinen merkst du gefühlt, merkst du, ob die auf dem Feld unter dir was anderes angesehen haben oder nicht. Also, kein Scheiß. Der hat sich auch vorgewandt. Der meinte mal so, ja, ne, wenn wir jetzt dann gleich, kommt dann der Wald. Und wenn wir über den Wald sind, da gibt es halt dann nochmal eine andere Thermik. Und dann werden wir eher mal kurz gleich ein bisschen durchgeschüttelt. Und dann fliegt der auch über den Wald. Und dann ist richtig... Aber ich finde, kurioserweise... Was heißt kurioserweise? Aber ich finde tatsächlich die kleinen Maschinen insgesamt ein bisschen... Ich fühle mich daran sicherer. Weil, ne, du siehst da... Du schaust, wenn du da so runter schaust und du siehst überall so offene Felder. Und du weißt halt, ja, selbst wenn dem jetzt komplett der Motor ausgeht und so, dann ist es eigentlich vollkommen egal. Der segelt hier dann einfach auf so ein Feld runter. Ja, dann ist dann, ne... In dem Augenblick dann vielleicht ein bisschen ruppig. Aber... Es funktioniert, ne? So eine große Maschine. Naja. Das ist schon ein bisschen mehr Glück, würde ich sagen. So, jetzt passt mal auf. So, jetzt passt mal auf. Ich bin weg. Das hat ja wunderbar geklappt. Vor allem, ich habe jetzt kein nichts mehr von diesen anderen Dingern. Ich war mir schön so runter und so und so, ne? Aber der Motor, sobald er halt halbwegs auf dem Kopf steht, will er halt nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ah, toll. Das hat ja wunderbar geklappt. Frechheit, sag ich euch, absolute Frechheit. Aber da konnte man doch eigentlich immer runter. Da bin ich doch schon mal auch runtergefahren, oder nicht? Dann müssen wir ja den konventionellen Weg hier runterfahren. Ich glaube, das ging aber da lang. Ich glaube, das ging aber da lang. Ich glaube, hier kommen wir tatsächlich runter. Nein, 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 nein. Ich will die Karte, danke. Na ja, oder hier, ne? So da und dann hier und dann hier und dann drüben. Auch Sofa, ne? Vielleicht ist das sogar am Ende des Tages wirklich die sichere Route. Aber hier müssen wir definitiv irgendwann rüber. Ich muss ja noch hier hin, ne? Tja, ist da eine Furt oder ist da jetzt keine Furt? Ist da so die Frage. Wenn nicht, müssen wir uns wieder ein bisschen treiben lassen. Sonst müssen wir hier komplett zurückfahren und dann... Nein, nein, nein. Na ja, gut. Auf die Bus, auf die Bus. Setze die mit... Jetzt passt mal auf, ey, nie gut. Ich wollte richtig cool da so den Anker setzen, ne? Und mich dann so pö, apö. Ich hätte mir Spannung vielleicht drauf lassen sollen oder so, ne? Ach, warte mal. Mit dem Dicken kommen wir doch hier auch vorne runter. Hält mir mal so nebenbei ein. Wieso bin ich denn jetzt hier? Ach, ne, alles gut. Äh, genau. Ich komme nämlich auch hier runter. Dann können wir sogar noch hier den Abwurf für uns mitnehmen. Oh, dort. Ganz entspannt. Oh, keine Hektik. Aber ich wollte es mal testen. Ist halt nun mal nicht gut gegangen. Sowas wie... Hold my beer. Genau. Oh, wenn es ein Spiel gibt, bei dem es Leeroy Jenkins Momente gibt, dann... Oh, shit. Ich habe mein Auto reparieren sollen. Ja, es geht weiter. Es geht weiter. Scheiße, Alter. Ich habe hier die Kiste. So, mit dir als Podcast und meistens hier ankommen. Oh ja, nice. Stimmt. Was ist denn jetzt hier los? Ich kann nicht mehr lenken. Äh, ernsthaft? Ich kann nicht mehr lenken. Das ist halt auch das Tolle bei den Spielen. Ich glaube, wir sind schon seit 2 Stunden 17 dabei. Habe ich das gemerkt? Nö. So gar nicht. LKW müde. LKW schlafen. Ja. Irgendwas war da aber gerade komisch. Normalerweise kannst du ja dann trotzdem die Reifen noch bewegen. Also die Lenkung vorne. Das kannst du selbst auch noch machen. Oh, vielleicht sollte ich auch den Rest anschalten. Das kannst du auch noch machen, selbst wenn der Motor aus ist. Ist ja klar. Hast du halt wohl kein Servo mehr. Aber das wollte er gerade nicht. Ich habe kein Bier. Ich habe kein Bier zu Hause. Es ist 11.15 Uhr. Es gibt noch kein Bier. Apparata. Blub, 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 blub. Nice. Sehr freundlich. Wer ja auch immer diese Abwürfe macht. Sehr, sehr, sehr freundlich. Wie soll ich, wie soll ich, Herr Holt, mal Biermomente enden. Müsstest du ja wahrscheinlich mit der Besten mitbekommen. Nee, irgendwie. Okay. 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 Anders ausgedrückt, jeden Tag ist Silvester. So, jetzt machen wir es mal wieder richtig rum, damit man hier auch noch mitbekommt, wo wir überhaupt sind. So, hier runter. Dann da lang. Oder? Okay. Und dann mal schauen. Okay. Eine Brücke kann man da bauen. Ich habe genug dabei, um eine Brücke zu bauen. Also, auf geht's. Zeig ja. Bluten. Das kann jetzt in Einzelfällen auch was Positives bedeuten. Ich habe sogar schon ein Gebiet ein bisschen erkundet. Wie habe ich denn das angestellt? Ich bete mir aber ein, wir sind das letzte Mal links lang gefahren. Ich fahre mal links lang. So viel zur Einbildung. Okay. Na dann mal hinten rum. Es dauert viel, bis du achtmal musst du alles wieder heile suchen. Das ist echt schlecht, als Kompliment zu verstehen. Ja. Na ja, ne? Ich sage mal, gefährlich wird es immer erst dann, G-Force, wenn sie dich im Krankenhaus danach fragen, wie, wie sexuell aktiv du in letzter Zeit gewesen bist, nur mit wie vielen unterschiedlichen Menschen, dann, dann wird es spannend. Da hilft nur noch, Hose wieder hochziehen, wegrennen und auswandern. Das sieht doch schon mal entspannter aus, oder? Moin, Moin, Alfa-Lauch. Moin, Moin. Tantan. Hey! So viel zu, ich bin diesen Weg schon mal gefahren. Boards, 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 Boards. Handbremse. Scan dich. Ich verwämpe. Achso, Motor. Sieht mir nicht so aus, als käme ich hier rüber. Auch wenn ich so die Strömung sehe, sieht das alles andere als pringend aus. Spannend wird auch, wenn du während dem Versorgung von der Wunde gefragt wirst, ob du nicht in den Kreis der Aktiven eintreten willst. Okay, okay. Das habe ich jetzt noch nicht. Okay. Ich würde sagen, da geht es nicht lang. Nee, 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 nee. Nee, definitiv nicht. Nein, 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 nein. Da brauche ich nicht einen Schnorchel. Da brauche ich einen Schornstein. Und zwar zwei. Einen für mich. Einen fürs Auto. Cool. Scan this. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt können wir nochmal schauen. Ah, guck mal, das sieht schon besser aus. Das geht. Ah, das geht. Aber damit haben wir ja eigentlich so das erste Mal so eine richtig sichere, so halbwegs sicher, so wie es sicher hier einfach drüber geht, gute gefunden. Mal so. Also von diesem innenen Hügel herunterzukommen. Das bedeutet schon was. Yeah. Eis. Spaß. So, hier lang. Da durch. Hier rüber. Da. Und da hoch. Ich weiß es nicht. Hier eher so danach aus. Boah. Boah. So weit. So irgendwie gut. Hier auch noch einen schönen Tag. Danke, Rio Darkflame. Danke, Rio Darkflame. So. 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 Also da oben war ich schon mal. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Hütte schon mal von oben gesehen habe. Zum Glück bin ich wirklich momentan ein rollender Tanker. Ich weiß, dass ich den halt hier nach hinten bringen muss, den Wagen. Das ist halt so das Ding. Ich meine, unsere letzte Strecke, die wir hatten, die hat tatsächlich recht gut funktioniert. Also ich würde es auch wieder machen. Und mit dem Sprit, den ich jetzt dabei habe, wenn ich wirklich auf freie Fahrt gehe, nur versuche den zu holen. Müsste das mit meiner jetzigen Ausrüstung, glaube ich, funktionieren. Und dann nur noch, wenn ich ansonsten vollballern mit Wagenhebern, Ankehren und so. Stiefmütter oder eher Schwiegermütter? Schwiegermütter, Schwiegermütter, Schwiegermütter meine ich. Alle, alle, grundsätzlich alle. Schwiegermütter, 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 Schwiegerm Ich sag grundsätzlich alle. Ferdig wird's, wenn sie rothaarig sind. Und auch Happy Sand. Schönen guten Tag. Dieser Platz eignet sich nicht. Lasst uns weitersuchen. Als hätte ich es dir wusste. So, das heißt wir fahren jetzt als nächstes erstmal in den Bereich. Sag mal, fu. So vielleicht? Ich glaub, ich seh ne bessere Route. Wir werden sehen. Ja, ja, doch, doch, doch. Die sieht gut aus. Ja, ja, doch. Das ist ja. Ja, das sieht nach genau dem richtigen Aufstieg für uns aus, was ich da oben so vor mir sehe. Okay. Ein bisschen eingedatchelt und gedällt ist er ja mittlerweile irgendwie aber trotzdem schon. Ach. Wir haben ja auch noch den anderen Scout, den könnten wir eigentlich auch nochmal gucken, ob wir da was machen können. Warum nicht? Ja, das ist... Oh, okay. Brauchst gar nicht so schwer machen. Ein Maschinchen, wie es geschrieben steht. Er gemalt. Ach, was auch immer. Ja, guck mal. Wir sind sogar tatsächlich schon im Bereich, den wir erkundeln müssen. Der Fuckel? Da oben? Wie soll ich denn da hin? Ich kann mir noch einen Arsch auf. Vielleicht hier und dann hier hinten irgendwie so hoch oder so. Meine Güte. Aber erstmal fahre ich jetzt hier rüber. Versuche ich mal so halbwegs ins Zentrum zu setzen. Dass wir hier den Scan vorantreiben können. Spät durch. Spät durch. Spät durch. Spät durch. 15%. Das wird eh der höchste und schwerste Punkt sein, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Warte mal. Können wir erstmal noch mit dem Fernglas gucken? Oh. Tolle Steine. Noch mehr Steine. Noch mehr... Oh. Steine. Der zeigt uns den Weg. Noch mehr Steine. Steine. Abwurf ist wirklich ganz spannend, ne? Ne, ne. Das ist schon schön. Das muss man ihm tatsächlich lassen. Also hübsch ist das Spiel. Definitiv. Mal sehen, es reicht für die 100%. Scheinertgebiet gar nicht zu sein. Sieht ja jetzt aktuell nicht so richtig rosig aus. Ich meine, gut, da habe ich hier schon mit dem Fernglas ja auch drüber geschauselt, ne? Das ist schon cool, wenn man die Drohne ein bisschen weiter schicken könnte. Hier, den Bereich noch nicht. Ja gut, ich glaube, ich komme nicht drumherum. Schätze mal drauf, ich werde da noch ein bisschen fahren müssen. Wollen wir mal. Das ist mal so die Frage. Wenn du mit dem Auto anfahren kannst, mit dem Truck, obwohl die Handbremse angezogen ist, spricht das für den Motor? Oder spricht das gegen die Handbremse? Das ist so ein typischer Fall von halb voll oder halb leer, das Glas. Na? Na? Ihr habt geglaubt, hier gibt es keinen Platz für Romantik. Wir müssen wieder raus. Was im Burgmonst? Das war Monsters und meine persönliche, ganz geheime Verabschiedung. Die versteht man auch nicht, wenn man Außenstehender ist. Was ist das denn da? Guck mal, da sind doch mal Abwürfe. Nice. Guck mal, da sind doch alles. Guck mal, da sind doch schon. Hier bitte noch ein Fleckl und da auch noch. Machst mal da lang. Hallo? 97? Ja. Guck mal, da können wir uns selbst zuwinken. Das bin ich. Oh, ich brauche doch nur noch verdammt 3%. Jetzt mache ich mich doch nicht fertig. 3%! Ja gut. Ja. Oh ne, es hat geklappt. Wir sind durch. So, wir wollen uns jetzt noch zu den beiden hier. Na, sehr schön. Schauen wir dann auch wieder hochkämen wäre so die Frage. Ich glaube nämlich tatsächlich, es macht gar keinen Sinn, mich hier runter purzeln zu lassen. Aber ich muss nämlich tatsächlich hier durch. So hätte ich ja schon da jetzt einfach runter zu springen. Vor allem, weil hier unten Abwürfe sind. Die hätten uns nämlich wieder heilen können und so. Aber ich glaube, es bringt uns nicht allzu viel, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich halt hier wieder irgendwie hochkomme am Ende. Ich geh so weit. Das sieht so falsch aus. Das sieht richtig aus. Was war das? Was war denn vorhin, Inuki? Hold my beer. Leeroy! Gib Gas! Jenkins! Geht's! Gut klappt. Hat aber schon ein bisschen mehr wehgetan. Bisschen mehr als gedacht. So, jetzt haben wir zumindest schon mal keinen Leck mehr. Fängt doch schon mal gut an. War spektakulär und es blutet auch sich aus. Ja, Benzin in dem Fall. Aber ja, ist tatsächlich echt ausgelaufen dabei. Wir haben einen Großteil unseres Spritz durch die Aktion verloren. Glüh, 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 glüh. Aber zum Glück haben wir noch was dazu bekommen. Den Rest werde ich mir mal sparen, falls ich wirklich noch etwas Wichtiges reparieren muss. War doch geklappt, oder? Okay. So. Jetzt können wir nämlich hier lagen. Wenn wir es nur noch schaffen, irgendwie hier hochzukommen. Sonst habe ich ein Problem. Vielleicht haben wir es auch da oder so. Mal gucken. Das war gut. Ähm. Ich glaube, ich habe ein anderes Problem. Ja. Ich habe ein Problem. Ich muss mich versetzen. Stuck hier in dem Felsen. Mit einem Rad. Iiii. Das ist jetzt sehr... Das ist jetzt sehr doof. Aber komm. Ich glaube, ich habe nicht mehr raus. Das war auch bei SnowRunner so. Wenn du dich wirklich irgendwo festgestuckt hattest. Oh, das ist jetzt sehr ärgerlich. Nein. 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 Nur wenn das Fahrzeug auf dem Kopf steht. Nein. Nein. Ach, nö. Okay, wir müssen uns zurück. Das ist jetzt hart. Das ist jetzt hart. Kann ich irgendwas machen? Und ich versuche, mich auf den Kopf zu legen? Der bewegt sich nicht mal mehr um die Achse hinten rum. Also vertikal kann ich hier auch gar nichts mehr machen. Ich stecke einfach nur noch fest. Das ist ein Tiefschlag. Ein Tiefschlag. Das ist ein Tiefschlag. Ja, das ist ein Tiefschlag. Glüm, 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 glüm. Wollen wir mal gucken. Jetzt können wir uns zumindest leisten, noch mal die Kiste ein bisschen zu reparieren. Aha. Wir haben schon mal gleich ein bisschen was verkauft. Das ist doch nicht verkehrt. Jetzt schauen wir mal, ob wir da komplett frei mit rumsebeln können. Hätten wir mal keine Punkte setzen. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt schauen wir mal, ob ich den kriege. Ich meine, wir sind noch gut dabei. So ist es nicht. Wisst ihr, was ich hätte machen können? Der speichert ja nun... Der speichert ja nicht immer. Ich glaube, irgendwie in einer gewissen Taktung. Hätte einfach Escape drücken können. Dann zurück ins Hauptmenü. Dann wieder rein. Und dann hoffen, dass der letzte Speichersprung halt noch war, bevor ich da runtergepupst bin. Und zwar einfach gerechtem Strafen des Schicksals. Dafür, dass ich... ... mich da runterfallen lasse. Mach das richtig, Junge? Mach das richtig? So irgendwie so. So irgendwie so. So. Na dann. Wir wissen ja, wie es läuft. Das sieht nicht ganz richtig aus. Jetzt definitiv nicht mehr. Das ist doch mal Schaden hier. Gas, gibt 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 Gas. Ich will hier nicht umfallen. Ich will hier nicht umfallen. Danke auch. Kesselhorn. Danke. Wer da eine sieben Monate im Tier 1 hat. Danke sehr. Oh, das hat ja gut geklappt. Hätte besser klappen können, aber das hat man zu. Danke. Danke. Wir werden zum Mittagessen reinschauen. Was denn für eines? Ich weiß, was es bei mir gibt. Dritten Tag in Folge. Linsen-Bolognese. Oh oh. Ich glaube, mein Einer Reifen vorne links, der könnte bald fertig sein. Das war mein Ersatzrad. Mein Einer Töpfe-Tag-Bällchen. Nice. Oh ne? Ich esse Linsen-Bolognese. Ich muss schon sehen, dass er diese Flecke... selbst noch mal direkt da. Ist das so klare Brühe? Oder macht ihr die... Kuriert ihr das Zeug? Je nachdem, wo du ja so ein Deutscher unterwegs bist, gibt es ja so kleine, aber feine Unterschiede. Hab ich gehört. Also das, was wir hier so im Bereich... Sag mal so Nordosten... ...als Suppe bezeichnen, bezeichnet man den Süddeutschein ja in der Regel das Spiel als Eintopf. Und ordentlich mal drinnen, damit man auch satt wird. Gut. Hab dich nicht so... Jetzt kommt's schon. Ja, wenn man erstmal weiß, wo lang und wie man fahren muss, dann geht's kurioserweise dann doch tatsächlich ein bisschen schneller. Wer hätte das gedacht? Moin, bis wir toben. Moin, 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 bis da. Ja, die sind Arbeitsfreitag, also alle außer Bayern, also außerhalb von Bayern, alle anderen, sonst immer frei. Ähm, haben sie es jetzt verändert oder nicht? Aber Berlin, also von mir ja definitiv, dann ist ja klar. Okay, Google. In welchen Bundesländern ist heute Feiertag? Oh. Wenn ich selber suchen wollen würde, dann würde ich es auch nicht Google ansprechen. Ich warte auf das Handy, das nur noch eine reine KI ist. Das auch. Oh, nice. Hatten wir, ne? Also vorhin, die Spekulationen gehen aktuell auf Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommer. Wenn du nicht innerhalb dieser drei Bundesländer bist, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein weiteres gefunden. Also vorhin, die Spekulationen gehen. Nördlichsten der drei. Na gut, dann bleibt es bis jetzt bei drei. So, soweit. Das ist wohl irgendwie gut. Guck mal, hier ist vorhin schon mal jemand langgefahren. Ich weiß gar nicht. Achsenanhalt muss auch arbeiten. So, da wären wir wieder beim Ausgang des Ganzen. Witzigerweise kann ich sogar hier jetzt hier durchfahren. Crazy. So, mal gucken, ob wir erstmal soweit kommen. Nächstes Jahr kommt noch Hamburg in den Excludence-Kreis dazu. Guck mal. Mehr Feiertage für alle. Wie sind Feiertage eigentlich? Kriegst du da bei folgendem? Ich meine, wie ist denn das so an Dezember zum Beispiel? Da hast du ja dann gleich mehrere Feiertage oder Ostern oder so im Spaß, wenn du in Bayern unterwegs bist. Kriegst du dann trotzdem voll den Lohn, obwohl du da irgendwie drei Tage weniger gearbeitet hast? Das war auch einfach nur mehr Feiertage. Dann haben wir irgendwann trotzdem die 35-Stunden-Woche wurscht. Wurscht nicht, ich kenne dich. Wutz, wutz, wutz. Wie viel in den Ingame-Shop man bekommt? Nur 500 blaue Punkte am Anfang und muss später in Echtgeld neu kaufen. 500 für 2,99. Achso, die meinst du hier, die Wegpunkte. Ja. Also ich sag mal so. Direkt zum Start des 40-Euro-teuren Spiels, das Großteile des Hauptspiels recycelt, gibt's auch direkt schon DLCs. Zerspiezen wir gleich mit SnowRunner, ja. So 18, 90 Prozent, ja. Vieles ist ja auch exakt gleich, ne. Hier zum Beispiel die blauen Punkte, das ist genau das gleiche, das ist 1 zu 1 übernommen von SnowRunner. Also wirklich, selbst wie es aussieht, also alles, Grafiken. Es ist so ein bisschen wie der Erkundungspart, den es in SnowRunner ja auch gibt. Nur in ausgebaut, sozusagen. Also du verschiffst halt keine Güte oder so. Das hast du nicht. Na, dafür hast du halt ein paar Sachen mehr zu erkunden. Jetzt die Drohnen, Fernglas und sowas alles. So. Und zum Großteil. Also das, was mir in SnowRunner Spaß gemacht hat, das ist fast komplett hier auch mit dabei. Ist das eine Story? Wie, ja, nein, eigentlich nicht. Also es gibt hier ein übergeordnetes Ziel, ne. Also je nachdem halt, welche Quest du so machst. Das ist schon so ein Stück weit zusammenhängend. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich relevant. Also das, wir sind hier so einerseits so aus Naturschutzgründen, andererseits aus Forschersachen. Na, wir haben zum Beispiel auch schon so Dino-Ausgrabungen mehr oder minder begleitet, indem wir da mit dem Auto drüber gefahren sind. Also da gibt es schon durchaus irgendwie sowas, aber... Bis jetzt ist es zumindest zum Beispiel noch nicht so zusammenhängend, wie wir es bei SnowRunner ja dann bei den DLC-Maps zum Teil hatten. Sondern nicht das mit dem Raketenstart auf Amur oder so. Da hast du ja wirklich gefühlt, du hast mehr oder minder darauf hingearbeitet, irgendwann diese Quest durchzuziehen. Und das hast du hier bis jetzt so noch nicht. Kommt vielleicht noch? Auch ansonsten, auf anderen Messer, SnowRunner, hattest du es auch wieder weniger. Ich sage es ungefähr so, dass sie mich das gleiche... Die geben dir was zu tun. Die beschäftigen dich halt. Das Licht ist so, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Also so der Sandbox-Typ. Ja, es ist weniger Sandbox als SnowRunner. Aber es ist schon recht frei. Und auch die Quests fühlen sich in der Regel durchaus recht generisch an, obwohl sie es nicht sind. Also du musst schon echt häufig auch irgendwie das Gleiche machen. Die sind schon eher beliebig und austauschbar. Aber bei SnowRunner war ja auch der Fall. Weißt du, ich weiß, SnowRunner ist ja auch der Spielspaß in der Regel halt der Weg. Ja, wenn du dann am Ende irgendwie so einen halben Bohrturm irgendwo dann verschiffst, am Ende von so einer Aufgabenreihe. Das ist cool. Ob ich da durchpasse? Ich glaube nicht. Nein, nein. Wir müssen einen kleinen Umweg fahren. Da passt es mit sich halt nicht durch. Aber im Endeffekt auch gerade mit dieser Riesenmenge an Quests, die es ja bei SnowRunner gab. Und auch hier hast du ja sehr viel mit diesen ganzen Nebengedönsachen. Und dann noch Autos. Und hier. Oh, sorry. Die da irgendwie aufsammeln kannst. Du kannst dir im Großen und Ganzen auch gut nur ein Drittel aller überhaupt möglichen Aufgaben machen. Und hast mega viel zu tun. Also ein bisschen so dein eigenes Süppchen. Zum gewissen Teil kannst du ja hier auch so. Oh, das ist glücklich so tief. Oh, das ist glücklich so tief. Oh, das ist glücklich so tief. Guck mal, das ist mir von runtergefallen. Yay. Hallo. Guck mal, mein Anker liegt ja sogar immer noch. So, kann ich was mitnehmen? Oh. Warte mal. Müssen wir langsam nachtanken. Also dank des großen Umwegs, den wir jetzt machen mussten, wegen des Backsteins. Bedeutet dann wahrscheinlich dann doch, dass wir den Wagen den nächsten wieder nicht abschleppen können. Aber wir können mal gucken, dass wir zur nächsten Quest uns den neuen Pedo-Scout aufbauen können. Den Bus. So, ich wollte da drüben hoch. Genau. Jetzt muss man eben gucken. Ich glaube, ich hatte mir ausgedacht, hier irgendwo hochzufahren. Da oben gibt es sogar noch mal, ne? Ein paar Abwürfe für uns. Oh, moin, Rio Blanca. Hallo. 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 Ah, was so schlau war? Obwohl mit dem Baum... Aber so eine gewisse Kante ist das hier schon. Das ist wirklich ein Aufstieg? Na gut. Stell dich schräg. Ist schräg. Zu schräg. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Äh. Ist das gebackt? Ja? Jetzt... Ich kann auch nicht zugreifen. Hehehe. Hehehehe. Ähm, ähm. Cheat-Modus. Super-Cheat-Modus. Cheat-Modus. Dann hat es auf jeden Fall besser geklappt. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch hervorragend aus. Vielleicht kann ich gleich sogar noch eine ganze Menge Sprit mitnehmen. Dieser Platz eignet sich auch nicht. Lass uns doch... Gude. Dann müssen wir dorthin. Es gibt ein paar... Mal den hier machen. Es gibt auf jeden Fall... Ein paar Abwürfe auf halbem Wege. Das sieht also schon mal ganz gut aus. Ich kann nämlich durchaus ein bisschen was gebrauchen. Ich dachte, was wir noch so vorhaben. Und ich hab viel vor. Nein, nein. Nein. Lümp, lümp, lümp. Jetzt können wir uns sogar noch mal ein bisschen reparieren. So. Woh, wir können mal eben auslassen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was da machen. Also ein Stück weit runter werde ich wieder fahren müssen. Ja. Also der hier definitiv. Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, da komme ich nicht runter. So. Ich glaube, aber ich komme spätestens hier runter. Sieht ganz gut aus. Sehr felsig. Vielleicht muss man sich den Umweg hier sogar noch mal geben. Das werden wir dann aber vor Ort entscheiden. So. Und dann da, dann da, dann da, dann da, dann da. Tada. Was waren denn die ersten 50 blauen Punkte? Und auch... Und auch... Tschernow. Und auch Yoshi. Yoshi! Was macht der Fuß, Yoshi? Was macht der Fuß? Ist ja endlich für mich mal ein bisschen Premium-Verträge rausgehandelt. Ich finde ja, ich sollte auf YouTube in die CPMs der Beauty-Kanäle fallen. Kannst du doch mit Sicherheit was machen. Hier wird's gut. Mal weinen, weinen. Wird besser, wird besser, ne? Das ist alles andere als gut. Ich kann mich noch einmal aufstellen. Dann war's das. Vor allem so unnötig gerade. Da bin ich schon aus deutlich besseren Gründen runtergeplumpst. Ah, mein LKW ist immer mal wieder müde. Da machst du nix. Äh, er ist so Teil seiner Kernidentität. Ich kenne den Begriff Kernidentität aus Star Trek wollte ich mal kurz eben erwähnen. Da gibt's ne Folge. Ich falle noch ganz nachts. Ja, das ist halt so. Ne? Braucht das? Nur mit nem kleinen Mittagsschlaf ab und zu kommt er auch mal wirklich weiter. Jaja, wir müssen nix rumfahren. Er würde gehen, aber... Da ich jetzt mich nicht nochmal aufstellen kann, würde ich's nicht riskieren wollen. Das ist ja echt kein großer Umweg. Und wenn du nicht zum Waypoint kommst, muss der Waypoint eben zu dir kommen. Hey! 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 Eigentlich muss ich nur da hin. Naja, jetzt fahren wir da trotzdem hin. Jetzt bin ich ja eh schon hin. Ein Optional. Optional kriegt immer noch extra Geld. Dann können wir noch den Abwurf mitnehmen. Vielleicht kriegen wir da ja nochmal einen Wagenheber rein. Also den zumindest vorrätig zu haben. Falls mal irgendwas passiert, ist schon nicht so schlecht. Extra IP, extra loot, was will man mehr? Das war so nicht angedacht. So gar nicht. Okay. Ey, was heißt hier, RIP? Yoshi, jetzt hier mal auf. Guck mal. Der ist so guter. Der ist so guter. Ey, er ist tatsächlich relativ. Ey, nee. Da vorne. Nee. Da vorne. Da vorne. Da vorne. Da vorne. Der ist schon ziemlich stark. Kann man nicht anders sagen. Na bitte. Wenn nicht, hätten wir wieder mit dem Fluss gehen müssen. Haben wir ja gestern schon mal gemacht, ne? Das einfach mal so einen halben Kilometer Fluss abwärts treiben lassen, bis man wieder irgendwie in Reichweite von irgendwas Windbarem ist. Und dann funktioniert er auch wieder. Ah ja. Obst, I call it. Ja, das sind mir ja die Liebsten. Er ist ja die ganze Zeit am Lurken. Aber wenn es was zum Auslachen gibt, dann sind sie da. Unmöglich. Ja, unmöglich. Ich kann da eine Bucke drüber machen. Was ist denn das? Ich möchte, glaube ich, sogar noch genug Teile haben. Aber warum? Ich mach's mal. Links und rechts vom Stein war es tatsächlich auch irgendwo ziemlich tief. Vielleicht deswegen. Aber ich glaube, mit ein bisschen Windybus hätten wir das wahrscheinlich schon hingekriegt. Was ist denn Cheaten? Der Wagenheber. Der Wagenheber fühlt... Das ist Cheaten. Voll eigentlich nicht. Wenn wir mal realistisch sind. Wenn du im Crew Snowrunner gespielt hast, hattest du quasi deinen eigenen Wagenheber ja auch mit dabei. Nur dass der Wagenheber da quickus hieß. Aber, ne? So prinzipiell gesehen ging das da so in die selbe Richtung. So. Da hinten hätten wir ein paar. Ich glaube, die zeigen eigentlich auch mal an, was drin ist, ne? Nein, diesmal nicht. Aber... Vielleicht ja so. Nein. Okay. Shit. Ich bin aber verdammt noch eins zu neugierig, um dir das einfach liegen zu lassen, wenn wir da schon mal dran sind. Ich bin halt schon eigentlich recht voll. Aber wir gucken, was so geht. Okay. Okay. Das ist ja wenig. Na, tauschen wir mal gleich aus. Okay. Wollen wir mal, dass wir mit einem anderen Abwurf ein bisschen mehr bekommen. Vor allem Ersatzteile hätte ich gerne. Vor allem auch, wenn wir die gerade in diese kleine Brücke reingeballert haben. Wäre das schon alles in allem nicht so verkehrt. Verlore ne Fracht? Hm. Oder auch nicht. Kein Interaktionsfeld? Kein Interaktionsfeld. Machst du nichts. Ups. Hier hat keiner kommen sehen. Ihr redet es nicht, wenn es auch Tiere gäbe? Wenn man so ein aggressives Flussfeld um die Ecke kommt. Ja, generell. Das ist auch einer der Kritikpunkte. Gab es ja auch schon bei SnowRunner. Da haben sich viele erhofft, dass das so ein bisschen wenigstens jetzt hier so den Weg nennt. Wenn man dazu kommt. Tierwelt. Hier und da gibt es mal mittlerweile ein Vöglein, der durch die Gegend fliegt. Ne, gewinnt nix. Aber ansonsten gibt es hier relativ wenig. Das ist gar nichts. Was mache ich jetzt mit dem Leuchtwagen? Interessante oder sichere Routen oder und Orte zu markieren. Na gut, jetzt muss ich tatsächlich nur noch ein bisschen nach oben. Na dann. Mal nur zurück. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss da nach oben. Das ist ja so eine Sache. Okay, das heißt. Scheinlich hier runter. So. Vielleicht hoch. Ne, ne, ne. Hier lang. Wir fahren mal erst mal so. So. Fahren mal so halbwegs meinen Weg, den ich im Vorfeld hatte. Ich hier rüber, ist die Frage. Ja, na, das sieht so ein Stück weit da noch aus. Das heißt, ich würde es hier hoch versuchen. So, so weit, so gut. Da haben wir erst mal ein bisschen was zu tun. Üh, ist das dunkel. So. Ich habe noch Sprit, habe ich noch ordentlich Reserve. Sollte für den einfachen Weg reichen. Aber die Quest ist definitiv zu riesig, um da noch zu versuchen, ein Auto mitzunehmen. Aber ich würde wirklich sagen, den einen, den wir uns geholt haben, den können wir uns halt ein bisschen aufbauen. Sie, dem, sie, 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 49.900. Schnell. Schnell. Ich muss es hochsetzen. Schnell. Schnell. So weit, so gut. So weit, so gut. Gut, wahrscheinlich dann heute ein einschneidendes Erlebnis. Wo ist der? Oder ich höre so eine halbe Stunde früher auf. Und mache den restlichen Tag blau. Zwei Punkte, ja, ja. Das sollte durchaus drin sein. So, vorhin habe wurde ich nach hinten ein bisschen weggespült. Das heißt, ich versuche mal auf der Seite rumzukommen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt wird es so langsamer, aber sicher Es wird Zeit, dass wir das mal hochsetzen Zumindest so auf eine Mio oder so, ne? Da ginge ja durchaus noch was Alles leer gesaugt hier mittlerweile Moin, 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 Elli Guten Abend Mittag Ich bin auch nicht so dabei, ist immer, gell? Hey, kannst du hochsetzen, ich sehe 47.000 Oh ja, oh ja Ungefähr Ungefähr Sind nur noch 7.000, naja, fast, fast Moin, oh hi Da zockt nochmal um ihn zu kriegen Machen wir so ein bisschen Sorgen um meine Reifen Da habe ich echt nichts mehr, um da irgendwas zu ersetzen Mit drei Reifen weiß er nicht, ob das da noch überhaupt noch was wird Moin, space, moin, moin Und ab in den nächsten Teich Das ist zu tief Ich habe kaum noch Reparaturmöglichkeiten, also Warte mal, wollte ich hier hoch? Ja, ich wollte hier sogar hoch Also so ganz übertreiben darf ich es definitiv nicht Auch wenn ich gerne Boot fahren würde Und jetzt was passiert mit den nächsten 50.000 Dann wird dir der Klub ja wieder weggenommen So klar Da brauchst du nochmal 7.500 Dann kriegst du ihn wieder Das ist quasi so der Wiedergeburtskreislauf Das ist quasi so der So, not then. Schau mal, dass wir da so rüberkommen, ich mir nicht überlegt habe. Es gibt hier zumindest schon mal Spuren, also irgendwer ist da mal rübergefahren. Wahrscheinlich ich. Nein! Okay. Das heißt, wir können von der anderen Seite ranfahren. Ich hoffe nix mehr, ich hoffe nix zum aufstellen. Also, dann müssen wir einmal zu dem hier. Was nehmen wir mal mit? Sprit gibt es hier sogar auch noch. Blü, 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 blü. Versorgungsteile auch noch. Mess. Blü, blü. Blü, blü. Blü, blü. Mal gucken, ob wir wenigstens schon mal noch eine Kleinigkeit reparieren können. Oh ja, sollte passen. Okay. Dann also noch einmal. Wir wissen ja ungefähr, wie wir fahren müssen. Wir müssen nur hier dann am Ende irgendwie schauen, wie wir hier den Berg dann irgendwie hochfahren. Von der Seite sollte es aber tatsächlich sogar einfacher sein. Wenn ich hier bin, können wir nämlich hier lang. Vielleicht sogar hier noch irgendwo hoch. Wenn nicht, geht es da weiter. Schauen wir hier vielleicht auch wo sogar hochkommen. Oh ja. Ah gut. Erstens müssen wir jetzt wieder runterfahren. War noch ernst. Oh. これ ist wieder hier. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Untertitelung ab 20.04.2021 Das Brot ist selbst gemacht worden. Eigenem Sauerteig. Gut, ob es noch Meckes riecht. Nee, nee, nee. Das ist ja schlimm. Aber... Das ist tatsächlich 10 levels rot. Der Sauerteigbrot ist noch zu. Erstmal hat Bremse. Das Brot ist doch immer lecker. Als Kind gab es sogar Brot. Zum Brot gibt es immer noch frisches Brot. Ich muss ja nur die richtigen erwischen. Aber sonst gibt es das. Ich habe sogar zwei Bäcker bei mir in der Umgebung. Alles selber machen. Ganz normal. Wie man es gewohnt ist. Das Krasse dabei ist, dass die beide günstiger sind als Catbacker. Die Klinikbrot ist auch lecker. Die Klinikbrot habe ich mir selbst auch noch nicht gesehen. Aber die gibt Brot und so. Ja, meine Freundin versucht sich gerade an Brot. Das ist ja nicht. Das kann ich selber machen. Das hier ist schon ganz gut. Das ist ja ein Regenbogen. Da machst du dir. Du machst du dir da. Einfach nur angebraten. Das ist eigentlich so der Fischesser. Aber ich fange halt irgendwie immer mehr damit an. Je älter ich werde, umso eher komme ich irgendwie mit dem Geschmack klar. Ich glaube, ich bin zu sehr von meinem Vater geprägt, der gar keinen Fisch mag. Aber werde ich da während meiner Kindheit mehr Fisch gegessen. Also je mehr ich wirklich Fisch esse, und sei es auch wirklich nur der Thunfisch auf der Pizza oder so. Aber jetzt hatten wir schon ein paar Mal irgendwie Lachs aus der Pfanne oder sowas. Naja, und so Sau und Gürbchen, Dill und Quark und irgendwie was. So mehr schmeckt mir das Haus. Ja, einfach anbraten. Jo, mehr Rettich, Dressing, Zitronen. Klingt ja nicht so verstirblich. Ich stehe momentan sehr auf, auf... Quark mit Dill und Sau und Gürbchen und Zwiebeln. Das Ganze dann zum Fisch. Ich glaube, den Fisch selber nur ein bisschen Zitrönchen mitbraten. Das ist schon eine leckere Sache, was ich sagen. Witzig. Jetzt quält hab ich's ja mal hier bei unten. Witzig. Äh. So. War angebunden. Da hab ich dich gesehen. Ah, und's locker. Ich glaub, ich glaub, ich bleib am Strand. Bums, 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 weg mit Bäumen. Ist grade Hackfleisch, Käse, Lausse... Ich hab noch nicht gegessen. Ich hab noch nicht gegessen. Ich bin momentan ordentlich im Training drin. Mein lieber Yoshi. Nichts, was ich grad für'n Kohl dann fahre. Ich freu mich schon aufs Essen. Demnächst. Das war's. Komm ich vor allen Dingen auf morgen. Morgen grillen wir nämlich wieder. Oh, heute Morgen. Wie viel ich essen? Jetzt weiß ich's gar nicht mehr. Alles egal. Irgendwann haben wir noch alles dafür grillen. Wer mag's nicht? Zu 70, 80% Knoblauchbrot mit Soße essen, weil das Fleisch noch nicht durch ist. Das Beste. Gute alte Traditionen. Die müssen auch bleiben. Was isst man wirklich beim Grillen? Das meiste ist das Kräuterbaguette mit Soße. Da versuch ich's links rum. Ich glaub ich würd sogar wirklich hier lang fahren. Hä, was war dat denn jetzt hier? Da bin ich mal mit dem kleinen Auto hängen geblieben. Da bin ich nicht durchgekommen. Dann erinnere ich mich. So, fahr'n wir erstmal so. Oh. Jetzt so ein paar Sumpfmonster und Silberschwert. Was wär's? Wir grillen morgen auch zum ersten Mal. Wir haben vor ner Woche oder so haben wir das erste Mal gegrillt. Wir haben einen Italiener gefunden. Der legt selbst seine Oliven selber ein und so einen Spaß. Mega geil. Tja. Wenn ich wollte, wie ich könnte, dann würde ich, glaube ich, jeden Monat ein halbes Vermögen für Essen ausnehmen. Da ist nach oben hin irgendwie alles mögliche offen. Da ist nach oben hin irgendwie alles mögliche offen. Bis auf den komischen Katzenarschkaffee, den würde ich, glaube ich, nicht trinken wollen. Aber da hört's dann bei mir langsam auf. So. Da bin ich mit der Kleinkiste nicht rübergekommen. Ach, genau. Abgewunden. Was gibt's denn heute Essen? Linsen-Bolognese. Oder mit Linsen-Bolognese. Gestern und vorgestern. Essen noch aufgegessen werden. So. Da wären wir und das sieht nicht gut aus. Das sieht mir in einer ganz gemeingefährlichen Sackgasse aus. Vielleicht komme ich hier runter. Und dann hier hoch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich darf halt nicht einmal purzeln, ne? Einmal purzeln bauen und ich bin am Arsch. Achs wird geregelt. Ich mag einfach Essen. Essen ist toll. Essen kann einen gar nicht enttäuschen. Naja, doch eigentlich auch. So, ich muss. Das sieht irgendwie nicht so danach aus, als käme ich da runter. Warte mal. Das machen wir mal schön bei Tageslicht. Ich hab mich hier massiv so ne Sackgasse gefahren. Hä? 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 Was war da? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Hier? Oh. Von her. Oh, dann warte mal. Nee, nee. Aber ich könnte es hier versuchen. Es ist hier tatsächlich nicht allzu hoch. Puh. Mit nem Anker vielleicht? Mit nem Anker vielleicht? Moin Wieben. Wenn ich da jetzt auf dem Rücken lande, ich kann mich nicht nochmal umsetzen, ne? Dann, 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 dann weine ich. Wetterlist. Tackar. Mannaren. Hein. evontraw. Das ist eigentlich... Nee. Ja, mein celebratedes Zisch! Da gewann... Und hallo, ich war eine Pizza froh als einer, klingt doch auch nicht verkehrt. Ja, so kommt man hier auch runter. So hatte ich mir das vorhin schon vorgestellt. Ich muss ja sagen, bin ich auch schon ein kleines Stückchen stolz drüber, dass das jetzt so wunderbar funktioniert hat, nachdem das vorhin überhaupt nicht funktioniert hatte. Wie habe ich mir das hier vorgestellt? Wirklich hier hoch, ja? Hier hoch? Ich glaube, hier sieht es ein bisschen angenehmer aus. Oh, vielleicht kriege ich es hin. Genau so, genau so. Ne, ne, ich fahre mal ausrum. Also, allzu viel Anker habe ich nämlich jetzt auch nicht mehr. Oh, das ist ein bisschen besser aus. Wer habe ich denn noch? Drei Stück total Naja, wenn, dann versuchen wir es rückwärts Gute mal Ist das da oben was zum Anbinden? Ist das ein Totholz gedöhnt? Jetzt bin ich mich hier immer fest Zauber War nicht schlimm Hier haben wir ja wenigstens zwei Bäume Dann können wir einfach den hier machen So Oh Oh Okay. Na los! Aber es endet auch noch nicht. Endet jetzt genau noch so weiter. Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie hoch. Ach, das ist der Aufstieg! Ja, natürlich! Alter, fügt sich auch so an! Ja! 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 Ich glaube, der hatte schon ein bisschen zu wenig Kraft, weil er schon nicht mehr drin war. Jetzt hoch dann. Schon. Na bitte. Easy. Super easy. Jetzt wahrscheinlich mal weiter links schräg hoch, was ich gemacht habe. Ich stelle mich mit der Kiste ungerne halt quer zum Berg, weil der kippt halt schon deutlich schneller als unsere anderen Autos. Das hat schon an sich ganz geil, wenn ich eigentlich immer direkt hochfahren kann und nicht mehr stellen muss. Ja. Ja. Okay. Da geht nix mehr. Das war's. So knapp. Wir hätten nur noch den Teil zu Ende fahren müssen und hätten es oben geschafft. Das heißt wir müssen die Quest sogar noch komplett normal machen. Ich werde auf jeden Fall mehr Wahrgeber mitnehmen. Das nächste Mal, da können wir mal ganz feste ausgehen. Ich kann halt auch nicht winden. Solange der Motor weg ist, ist der Motor halt auch echt weg. Kack hier noch. Da, hier, da. Hier, viel Spaß. Hier, Achtung, Achtung. Ich kann nicht. So ein bisschen rausschießen damit, indem ich das unter mich baue oder so. Selbstzerstörung, ja, irgendwie so. Moin, Hoshi. Zweites Fahrzeug, ja, könntest du notfalls auch mitnehmen. Noch einmal, noch einmal Wagenheber hätte auch gereicht. Dann hätte ich den jetzt hochgesetzt, sondern dann wäre es das. Das ist halt das Ding, ja. Es gibt hier genug Möglichkeiten, wenn du mal irgendwie dann, ja, kurz ein bisschen unaufmerksam bist, dass es dich doch nochmal auf die Seite legt. Also in der Regel braucht man den auch nicht so unbedingt. Aber wenn mal irgendwie was ist, so wie jetzt, dann ist es, dann wäre es schon schön, den dabei zu haben. Ja noch, Hansmann. Ist gestern 16 Meter vom Ziel umgekippt, Basti, ja. So fühlt sich das gerade auch an. Genau so, genau so. So, aber heute ist definitiv Schluss. Ich gehe in die Mittagspause. Wir sehen uns heute Abend um 17 Uhr wieder. Wie gesagt, ich gebe gleich noch Bescheid, was es dann heute Abend gibt. Werdet ihr ja auch spätestens in der Ankündigung dann sehen. Wie gesagt, da muss ich gleich nochmal kurz schauen, ob sie jetzt schon mal geschrieben hatten und so weiter und so weiter und so weiter, was wir dann heute Abend so machen. Um 17 Uhr werde ich euch dann... Ansonsten, mit Expedition geht es am Sonntag weiter. Und zwar wahrscheinlich so gegen 14 Uhr. Da machen wir ja einen 12-Stunden-Stream, genau. Also Richtung 14 Uhr werden wir dann wahrscheinlich auch dieses eine hier spielen. Da geht es heute auch nächste Woche natürlich auch. Macht nämlich Spaß. Ich würde ganz gern noch einiges hier erreichen. So ist es nicht. So, verstandibus? Verstandibus. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Jetzt kommt nichts mehr. Der Stream ist durch. Ich lasse jetzt wieder noch die 3 Minuten Werbung laufen. Aber die müsst ihr euch nicht antun. Das ist quasi nur für Twitch. Sagt es nicht weiter. Passiert ja nichts mehr. Abscheiden. Bis nachher. Warte mal. Ich kann die 3 Minuten Werbung gar nicht schalten. Wahrscheinlich hätte ich irgendwann vor kurzem mal Werbung gemacht. Naja, dann halt nicht. Also dann. Ich wünsche euch so oder so. Gehabt euch wohl. Bis heute Abend. Oder dann spätestens bis Sonntag. Je nachdem. Was ihr für ein Spiel dann auch sehen wollt. Und so weiter und so weiter. Aber ja, wie gesagt. 17 Uhr. Wir sollen nochmal gucken, was heute Abend noch kommt. Hoffentlich kann ich das schon ziemlich sofort gleich auch sagen. So 10-15 Minuten oder so. So mal gucken. Okay. Also. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Hat viel Spaß gemacht. Wie immer. Und ich bin auch sehr froh. Ganz ehrlich. Ich bin auch sehr froh, dass es recht gut funktioniert. Mit den frühen Streams. Bisher so. Kann mich eigentlich nicht beschweren. Das ist echt eigentlich ganz geil. Das glaube ich wirklich eine Optimierung, was die Aufnahmestreams und so angeht. Das funktioniert echt ganz gut. So in meinem eigenen Tagesablauf und so. Das ist schon echt alles ganz geil. Ich habe gefühlt noch ordentlich was von meiner Family und so. Im Alltag. Das ist alles schon echt ganz. Deswegen. Das freut mich. Vielen Dank für alles. Werte Freunde der Sonne. Schlaf geht gut. Bis zum Mittag. Bis zum Nachher. Bis zum Nachher. Bis zum Prager. Vielen Dank. Vielen Dank.